Guten Abend. Ich begrüße Sie und euch im Publikum ganz herzlich und auch schon jetzt unsere Podiumsgäste. Danke, dass sie auch zum Teil weite Wege auf sich genommen haben und heute hier sind. Mein Name ist Susanne Dier. Ich bin Referentin im Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Unsere Veranstaltung heute findet statt in der Reihe Streitwert. Politik im Dialog. Die Wochenzeitung der Freitag ist Medienpartner für diese Veranstaltungsreihe. Die Veranstaltung, wie Sie schon gesehen haben, hinten steht eine Kamera, wird live ins Netz übertragen und für alle, die auch in ein paar Tagen nochmal in diese Veranstaltung hineinhören oder schauen wollen, Sie haben die Gelegenheit, den Mitschnitt auf unserer Website sich anzuschauen. Die Veranstaltung heute trägt den Titel Die Freiheit nehme ich mir. Das ist ein selbstbestimmter und selbstbewusster Anspruch und gleichzeitig kennen Sie diese Überschrift vielleicht auch als Werbespruch. Genau in diesem Spannungsverhältnis findet heute unsere Debatte statt, nämlich das individuelle Selbstbestimmungsrecht ist eben immer auch geprägt von Angeboten der Reproduktionsmedizin, der marktförmigen Angebote. Technologien aufgeführt, Social Freezing, Brennertest und Eizellspende. Denn über diese drei Technologien wurden in den letzten Monaten in verschiedenen Kontexten medial diskutiert. Und auch wenn viele von Ihnen sich vielleicht schon lange auch mit diesen Technologien beschäftigen, möchte ich sie kurz erläutern für alle, die sich zum ersten Mal mit der Thematik beschäftigen heute. Das Social Freezing bedeutet das Einfrieren unbefruchteter Eizellen aus sozialen Gründen. Mit dem Einfrieren von Eizellen erhoffen Frauen, die einfrieren, die Chance auf eine Schwangerschaft zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben zu ermöglichen oder die Chance darauf zu erhöhen. In Rückgriff dann auf die eingefrorenen Eizellen. Der Brennertest, das ist ein Markenname einer Firma, die diesen Test anbietet, ist ein neuer Bluttest in der vorgeburtlichen Analyse und soll und kann Veränderungen in den Chromosomen identifizieren. Dieser Bluttest löst eine alte Untersuchungsform womöglich ab in Zukunft und zwar die Fruchtwasseruntersuchung. Die ist möglich in einem späteren Stadium einer Schwangerschaft und wird angewandt bei sogenannten Risikoschwangerschaften. Und diese Untersuchungsform der Fruchtwasseruntersuchung trägt eben immer das Problem oder die Gefahr auch mit, bei der Untersuchung den Embryo auch zu schädigen. Und der Bluttest, Brennertest kann jetzt eben in einer früheren Phase einer Schwangerschaft angewandt werden und trägt eben dieses Risiko der Schädigung nicht. Als dritte Technologie haben wir die Eizellspende aufgeführt. Eizellspende bedeutet, dass eine Eizelle von einer Frau auf eine andere übertragen wird. Das kommt zum Beispiel vor im Rahmen einer Behandlung bei ungewollter Kinderlosigkeit, bei festgestellter Unfruchtbarkeit oder eben auch im Rahmen von Leihmutterschaft. Diese Behandlung ist in Deutschland verboten. Und der Begriff der Spende darf natürlich nicht verschleiern, dass Eizellen trotzdem auch bezahlt und gehandelt werden auf einem Markt. Also trotz des Titels Spende fließt da gegebenenfalls auch Geld. Ja, diese drei Technologien sind nur Beispiele dafür, für die rasante Entwicklung der Reproduktionstechnologien. Und wir fragen mit Blick auf diese Entwicklung heute, wie diese Technologien unsere Gesellschaft beeinflussen, wie sie normensetzend wirken, wie sie zum Beispiel darauf wirken, wie unser Nachwuchs beschaffen sein soll oder wie sie auch Familienbilder oder die Rolle von Frauen beeinflussen. Wir haben heute das Thema der Reproduktionstechnologien aber nicht nur aufgegriffen, weil es in den letzten Monaten entsprechende Mediendebatten gegeben hat, sondern für uns im Gunnar-Werner-Institut findet diese Debatte auch nochmal unter einer größeren Überschrift statt. Und die sehen Sie hier links hinter mir. Vielleicht haben Sie auch draußen schon den Flyer dazu gesehen, der Titel Reclaim Human Rights. Das ist eine Veranstaltungsserie, die findet statt von Mai diesen Jahres bis in den Oktober, zu der ganz viele Veranstaltungen beigetragen werden aus dem ganzen Haus hier. Und wir im Gunnar-Werner-Institut tragen eben heute diese Veranstaltung dazu bei, aber nicht nur. Unter dieser Überschrift Reclaim Human Rights schauen wir im Gunnar-Werner-Institut dieses Jahr zurück auf die Weltfrauenkonferenz in Peking, die dieses Jahr sich zum 20. Mal jährt. Und dort bei der Weltfrauenkonferenz in der Abschlussplattform, der Umsetzungsplattform, wurde der Begriff der sexuellen und reproduktiven Rechte verankert. Und wir werden im Juli eine Publikation zu diesem Begriff veröffentlichen, ein Essay von Christa Wichterich, der diesen Begriff der sexuellen und reproduktiven Rechte erläutert, seine Geschichte darlegt und auch darlegt, was es heute bedeutet, in jeweiligen Gesellschaften diese Rechte auch zu analysieren. Und sie kommt zu dem Schluss, dass wenn wir wissen wollen, wie es um sexuelle und reproduktive Rechte in einer Gesellschaft heute bestellt ist, dann müssen wir den entsprechenden Kontext analysieren. Und zu diesem Kontext, den wir analysieren müssen, gehört eben dann auch sehr zentral die Entwicklung der Technologien und der Reproduktionsmedizin. Und genau deshalb haben wir uns das heute auf die Agenda gesetzt, über den Stand dieser Technologien zu sprechen. Und für die Debatte heute Abend haben wir als Moderatorin Ulrike Baureitel, die ich herzlich begrüße und kurz vorstelle, bevor ich an Sie das Wort übergebe. Ulrike Baureitel hat die Wochenzeitung der Freitag mit begründet und schreibt als Journalistin für diverse Zeitungen und ist aber auch Lehrbeauftragter an Universitäten. Und gerade heute in diesem Kontext ist natürlich auch nochmal zu bemerken, dass sie seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten genau diese Thematik der Revolutionstechnologien auch immer journalistisch kritisch begleitet hat und verfolgt. Damit übergebe ich an dich und wünsche uns allen heute eine spannende und erhellende Debatte. Ja, vielen Dank Susanne für die einleitenden Worte und die nette Begrüßung. Ich wollte jetzt gar nicht allein hier oben sitzen, sondern würde jetzt die Gäste bitten, mich hier nicht so alleine auf weiter Flur sitzen zu lassen. Ja gut, auch von meiner Seite guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich, dass Sie trotz des guten Wetters so zahlreich gekommen sind, was für mich ein Beleg ist, dass dieses Thema viele Menschen umtreibt und ich hoffe, dass wir hier zumindest Anstöße geben können, in Ihren Foren weiter zu diskutieren. Mein Bauch gehört mir, sagten die Frauen Anfang der 70er Jahre, als sie für das Abtreibungsrecht auf die Straße gingen. Die Freiheit nehme ich mir, sagen junge Frauen heute mit Rückgriff auf das damalige Selbstbestimmungsrecht. Die Angebote auf dem Reproduktionsmarkt, die ich, meine Generation, wir uns hätten nicht vorstellen können damals, werden immer vielfältiger und wer sie einschränken will, muss gegenüber den KonsumentInnen gute Argumente vorbringen, um sich nicht einfach ins Abseits technikfeindlicher Bedenkenträgerschaft zu manövrieren. Wir wollen heute Abend zumindest einige Aspekte dieses weiten Debattenfeldes, das mit der Vierlingsgeburt einer 65-jährigen, 13-fachen Mutter neue Nahrung bekommen haben, Sie haben den Fall wahrscheinlich alle mitbekommen, ausloten, wobei wir uns bewusst sind, dass dabei vieles, dass wir vieles nur streifen können und wie gesagt Anregungen und nur Anregungen geben können. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, ein Podium mit so vielen Experten hier zu haben, die aus ganz unterschiedlicher Perspektive und mit unterschiedlichen Haltungen zu diesem Thema beitragen können, Chancen, Risiken und Probleme der heutigen Familienplanung zu beleuchten und zwar eine Familienplanung, die weit über das hinausgeht, was meine Generation mal mit Kondomen und der Pille in Angriff genommen hat. Ich möchte ganz kurz, bevor ich die Gäste hier vorstelle, noch mal zum Ablauf. Wir machen eine, wir machen eine Diskussionsrunde, die wird bis etwa unter verschiedenen Aspekten, die wird bis etwa halb neun gehen, dann öffnen wir das Podium für das Publikum, Sie können sich dann einbringen, die Gäste werden dann entsprechend Rede und Antwort stehen und wir werden etwa um 21.10 Uhr die Veranstaltung beenden. Ich begrüße, ich fange ganz aus, links außen an, ich begrüße Herrn Prof. Dr. Klaus Zeres, er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik und ist Direktor des Instituts für Humangenetik an der Uniklinik Aachen. Er ist ein erfahrener Berater im Bereich Humangenetik und der Auffassung, jeder Schwangeren muss der Zugang zum Erbgut ihres Kindes per Bluttest erlaubt werden. Guten Abend. Daneben sitzt Sarah Diehl, sie ist Publizistin und Dokumentarfilmerin in Berlin und hat zuletzt das Buch Die Uhr, die nicht tickt, kinderlos glücklich veröffentlicht und sich im letzten Jahr sehr engagiert in die Debatte über Social Freezing eingemischt. Sie wendet sich gegen ein romantisierendes Bild von Fortpflanzung und sagt, Social Freezing ist ein Backup in der Reproduktionssituation Medizin, dass Frauen faktisch mehr Möglichkeiten gibt. Es sollte ein normaler Bestandteil der Optionen sein, aus denen Frauen auswählen können. Guten Abend. Zu meiner Rechten sitzt Sven Bergmann. Er ist Kultur- und Sozialanthropologe und arbeitet am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin in Berlin. Er ist Experte für Reproduktionstourismus in Spanien und Tschechien, aber ich glaube auch für Großbritannien, soweit ich weiß. Er forscht zum Thema, sehr schwierig, Performativität von Verwandtschaft, Geschlecht, Sexualität und Vererbung in anonymisierter Keimzellspende. Da wird er uns vielleicht heute Abend auch noch was dazu erzählen und fragt sich, warum im Vergleich mit anderen Ländern die deutsche Debatte immer noch von zu einem traditionellen, romantischen Naturbegriff begleitet wird. Guten Abend. Neben Sven Bergmann sitzt Professor Dr. Katrin Braun. Sie ist Politikwissenschaftlerin, lehrte sehr lange in Hannover und ist derzeit Gastprofessorin an der Universität Wien. Sie befasst sich seit Jahrzehnten, viele werden das wissen, mit den gesellschaftlichen Folgen der Biomedizin und in Bezug auf Social Freezing ist sie der Meinung, dass alleine schon durch das Vorhandensein dieser Techniken Frauen unter Druck gesetzt und gesellschaftliche Probleme individualisiert und biologisiert werden. Guten Abend. Und last not least, Corinna Rüffer. Sie ist Sprecherin für Behindertenpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie plädiert dafür, auch jenseits des parlamentarischen Wegs die schleichende Einführung von Tests, die Behinderte diskriminieren, zu verhindern und sagt, jede Frau soll weiterhin entscheiden können, ob sie ein Kind bekommen möchte. Aber wir sollten auch die wirtschaftlichen Interesse einiger Konzerne in den Blick nehmen, die mit den Ängsten werdender Eltern ein hübsches Sümmchen verdienen. Guten Abend. Ich beginne mit Ihnen, Herr Zeres. Neuerdings können Schwangere, wir haben es gerade gehört, mittels eines Bluttests nach Chromosomenauffälligkeiten, zum Beispiel hinsichtlich Trisomie 21, also dem sogenannten Down-Syndrom, aber auch anderen Ausprägungen. Und ich denke, der Indikationenkatalog wird sich in der nächsten Zeit erweitern bei diesen Textfahnden. Sie fordern, dass dieser Text allen Frauen zugänglich gemacht werden soll und haben sich dabei sogar mit dem Deutschen Ethikrat angelegt, der eine Stellungnahme veröffentlicht hat, wo er sagt, man möge diesen Test nur bei Risikogruppen anwenden, also Frauen, wo man annehmen kann, dass sie ein Kind mit einer genetisch bedingten Krankheit oder Fehlbildung zur Welt liegen. Warum teilen Sie die Meinung des Rats nicht? Weil die Meinung des Rates völlig unlogisch ist. Ich habe geahnt, dass Sie das fragen und habe die Formulierung hier nochmal rausgenommen. Die Mehrheit der Mitglieder, also des Ethikrates, ist der Auffassung, dass eine nicht invasive pränatale Gendiagnostik ebenso wie eine Chorion-Sotten-Biopsie und Amniozentese nur durchgeführt werden sollte, wenn ein erhöhtes Risiko für eine genetisch bedingte Erkrankung oder Fehlbildung vorliegt. Was ist das, ein erhöhtes Risiko und wer hat es? Die 35-jährige Schwangere hat ein Risiko von 1 zu ungefähr 350 für die Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom. Hat die ein erhöhtes Risiko? Wir akzeptieren das in der Gesellschaft, obwohl es ja eigentlich ein vergleichsweise kleines Risiko ist. Wenn der Ethikrat sagt, Frauen mit erhöhten Risiken bei einer invasiven Untersuchung, können wir darüber diskutieren. Aber in dem Moment, wo der Brenner-Test gemacht wird und er ist positiv, auffällig, dann hat diese Frau unabhängig von ihrem Alter ein etwa 50-prozentiges Risiko dafür, ein Kind mit Down-Syndrom zu kriegen. Das heißt, der sensitivste Test, um ein Risiko überhaupt festzustellen, ist der Brenner-Test. Und da kann ich ja nicht sagen, den darf man nur machen, wenn die Frauen, wie auch immer dann berechnet, ein erhöhtes Risiko haben, dann kann man den Brenner-Test machen. Das ist in sich völlig unlogisch. Aber da würde ich dann nachfragen, es ist ja zum Beispiel bei der Präimplantationsdiagnostik so, dass da diese Einschränkung, wann man das machen darf, die ist ja gesetzlich verankert. Das Risiko für eine schwere Erkrankung. Also da würden Sie diese Risiko bewerten. Ja, aber das ist was anderes. Das ist ja was anderes. Wenn der Test auffällig ist, eine 20-Jährige hat ein Risiko von 1 zu 2.000. Nach dieser Blutabnahme mit einem auffälligen Ergebnis hat diese Frau ein 50-prozentiges Risiko, dass das Kind ein Down-Syndrom hat. Da kann ich ja nicht sagen, diesen Test darf ich erst dann machen, wenn sie vorher schon ein hohes Risiko hatte. Beispielsweise die 35-Jährige. Die hat aber ein Risiko von 1 zu 350. Das ist in sich völlig unlogisch. Der Test offenbart mir ein Risiko, ist ein sensitives Instrument, ein hohes Risiko zu erkennen. Und da kann ich ja nicht sagen, das darf man erst dann machen, wenn man vorher schon ein hohes Risiko hat. Die 35-Jährige hat ein viel kleineres Risiko, nämlich 1 zu 350, als die 20-Jährige mit einem positiven Pränatest. Das ist in sich völlig unlogisch. Wir lassen es mal so stehen. Frau Rüffer, Sie haben zusammen mit 157 Abgeordneten interfraktionell in Bezug auf den Pränatest eine kleine Anfrage bei der Bundesregierung gemacht. Können Sie ganz kurz schildern, warum und mit welchem Ergebnis? Und vielleicht, wenn Sie auch noch etwas zu das aufnehmen würden, was Sie jetzt gerade hier zu dieser Risikoabwägung, ich glaube, das wird im Podium hier immer wieder zur Debatte stehen, noch was dazu sagen könnten. Ist das an? Ja. Gut. Also erstmal auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für die Einladung und auch dafür, dass Sie das Thema hier diskutieren. Also es ist richtig, wir haben mit einer kleinen Gruppe von Abgeordneten aus allen Fraktionen, die im Bundestag vertreten sind, diese kleine Anfrage angestoßen und haben mit relativ wenig Aufwand diese 157 Abgeordneten dann auch zusammengebracht. Das ist immerhin ein Viertel aller Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die sich bestimmte Fragen stellen in Bezug auf die Einführung des Pränatestes. Nämlich die Frage im Kern, was passiert denn dann? Also vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, es gibt den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss, der im Moment sich mit der Frage beschäftigt, ob der Bluttest als Leistung durch die Krankenkassen übernommen wird. Dazu gibt es so ein bestimmtes Verfahren, da muss eine Studie erstellt werden und so weiter. Ethische Fragen spielen im Verfahren zunächst mal keine Rolle. Das ist aber eine Frage, die sich uns stellt. Nämlich, was bedeutet es gesellschaftlich, wenn ein solcher Test eingeführt wird? Erhöht sich dann der Druck für die einzelne schwangere Frau oder für das Paar, das ein Kind bekommt, dann diesen Test zu machen und was folgt dann daraus? Sie haben gerade, ich weiß nicht, wie oft Sie von Risiko gesprochen haben, also bestimmt sechs oder sieben Mal und ich kann Ihnen sagen, dass ein Kind und auch ein Kind mit Down-Syndrom zunächst mal kein Risiko ist, sondern eigentlich nur Freude sein sollte für eine Familie. Bitte? Ja, also ich halte das für einen Fehler, also weil Sprache schafft Bewusstsein und für mich ist die Frage, wenn ich solche Tests mache, was resultiert daraus? Und in der Praxis ist es schon jetzt so, dass Leute, die erfahren, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom erwarten, dann die Entscheidung treffen, diese Schwangerschaft abzubrechen. Das ist ein Problem. In Dänemark ist der Bluttest 2005 eingeführt worden. Im Jahr danach haben 87 Prozent der Frauen diesen Test in Anspruch genommen und bis heute hat sich die Zahl der Lebendgeburten von Menschen mit Down-Syndrom halbiert. Das zeigt, dass dieser Test, gerade wenn man ihn regelhaft anwendet, wie sie es fordern, natürlich einen Effekt hat. Nämlich, die Anzahl der Menschen mit Down-Syndrom wird sich mutmaßlich reduzieren, weiter reduzieren gegenüber dem Status Quo, den wir heute haben. Und die Intention der kleinen Anfrage, die wir im Bundestag initiiert haben, war, die Bundesregierung zu fragen, ob sie sich mit diesen Fragen beschäftigt hat. Und die Antworten waren sehr unbefriedigend. Und ich erwarte eigentlich von der Bundesregierung, dass sie sich dieser wichtigen ethischen Fragestellung annimmt. Das hat sie nicht getan. Und ich hoffe, dass im Verfahren des GBA auch regelhaft die ethische Frage jetzt mitgestellt wird. Ich glaube, Sie wollten direkt... Wir haben ja nie gefordert, dass jede Frau diesen Test durchführen soll. Sondern die Frage ist, wem kann er vorenthalten werden? Und die Praxis der Pränataldiagnostik derzeit ist ja auch durch die gesetzliche Krankenversicherung finanziert. In einem großen Ausmaß an Neosynthesen. Ist das denn dann sozusagen ethisch akzeptiert? Dass man sagt, die Frauen ab einem bestimmten Alter, da akzeptieren wir das, da zahlen wir das alles. Ja, dann müssen wir die gesamte Pränataldiagnostik auf den Prüfstand stellen. Aber wir dürfen jetzt nicht sagen, der Test, der schafft eine neue Qualität von ethischer Problematik. Und dann müssen Sie auch beantworten, wie gehen wir denn damit um? Wer darf dann den Test denn machen? Es hat im Jahre 2000, hat es 70.000 Amniozenthesen gegeben. Ja, mit, wenn Sie die Häufigkeit ungefähr 1 zu 1000 des Down-Syndroms nehmen, dann hat man durch die Untersuchung eine Riesenanzahl von Fehlgeburten provoziert. Ja, dieser Test ist aber, hat eine ganz andere Sensitivität jetzt. Ich würde gerne an Frau Braun weitergeben. Sie können nachher gerne nochmal intervenieren. Frau Braun, Sie haben jetzt hier zwei konträre Standpunkte. Sie haben, glaube ich, in Ihrer Forschung auch viel mit der Pränataldiagnostik, mit der Einführung der Pränataldiagnostik sie verfolgt oder biografisch auch erlebt, wie sie eingeführt worden ist. Und wir wissen ja, dass damals es auch so war, dass die Pränataldiagnostik eigentlich nur für Risikogruppen ursprünglich mal vorgesehen war, nämlich Frauen über 35 Jahre. Dann hat sich das sukzessive immer mehr ausgeufert, bis es zu einem Screeningverfahren geworden ist. Wie bewerten Sie den derzeitigen Stand der Diskussion in Bezug jetzt auf den Pränatest? Und ist es nicht auch so, vielleicht so eine weitergehende Frage auch, dass es ein sehr, dass es da auch sehr generationelle Unterschiede, unterschiedliche Einschätzungen gibt seitens der Frauen, die diese alten Kämpfe damals noch miterlebt haben und die heute jüngeren Frauen? Ja, danke für die Frage, die natürlich sehr komplex ist. Ich wollte vorab nochmal kurz Bezug nehmen auf Frau Rüffer, weil mir das aus der Seele gesprochen hat sozusagen. Ich denke, also ob Sie jetzt den Ethikrat zitieren, also ob es der Ethikrat ist oder jemand anders, ist es einfach für mich doch sehr befremdlich, mit welcher Selbstverständlichkeit man tatsächlich von Menschen mit Down-Syndrom nur als Risiko spricht. Also es wird ja nicht mal erwähnt, dass es um Menschen mit Down-Syndrom geht, sondern man spricht eigentlich auch in der Diskussion um den Test nur darum, Risiken zu vermeiden. Und wenn man nur die Werbeanzeigen zum Beispiel über die Websites der Anbieter sich anguckt, findet man tatsächlich fast keinen Hinweis oder keinen Hinweis, Sie können das gerne mal probieren, darauf, dass es darum geht, Föten mit chromosomalen Abweichungen zu identifizieren, um sie dann abtreiben zu können. Um was anderes geht es ja nicht. Also es gibt ja nach wie vor leider keine therapeutische Option. Und dass es tatsächlich darum geht, wird verschwiegen, muss man sagen. Und damit finde ich, sollte man sich nicht abfinden, muss man sich zumindest mit auseinandersetzen. Das ist das eine und das Wort Risiko ist natürlich sehr negativ behaftet. Man könnte auch von Wahrscheinlichkeit sprechen. Es kommt zwar auch dasselbe hinaus, ist aber nicht ganz so negativ. Ich wollte noch was sagen zum Vergleich zwischen der neuen Pränataldiagnostik und der, sagen wir mal inzwischen konventionellen Pränataldiagnostik. Wir wissen ja aus der Geschichte der Einführung der Amniocynthese, dass die Anwendung von Amniocynthesen recht sprunghaft gestiegen ist von dem Moment an, wo die Kassen diese Leistung übernommen haben. Es war also nicht so, dass vorher schon in der Gesellschaft oder gar von Frauen ständig eine Nachfrage da war und ein Problem da war. Oh Gott, oh Gott, was können wir machen? Wir haben Angst in der Schwangerschaft vor einem behinderten Kind. Gebt uns einen Test. Sondern der Test war erst da und das Angebot hat eigentlich die Nachfrage geschaffen und zwar vor allem in dem Moment, wo er dann eben angeboten wurde in dem Sinne, dass er routinemäßig angeboten wurde und die Kassen das übernommen haben. Also davon, dass die Kassen die Kosten übernehmen, geht natürlich auch ein Signal aus. Denn das heißt ja, hier wird eine Leistung erbracht, die für die Solidargemeinschaft wichtig ist und sinnvoll ist. Und auch das ist eine symbolische Bewertung, über die man sich Gedanken machen muss. Ich wollte noch eine Sache vielleicht ergänzen, weil Sie gesagt hatten, in Dänemark sind es fast 90 Prozent, nein, in Dänemark wird das Screening für Down-Syndrom jeder schwangeren Frau angeboten. In dem Fall noch per Nackenfaltenmessung und anderen, also nicht-invasiven Technologien, mit dem Ziel, möglichst wirklich alle Föten mit Down-Syndrom zu erfassen. 90 Prozent der Frauen nehmen dieses Angebot an. In den Niederlanden interessanterweise gibt es eigentlich ein ähnliches Angebot des Screenings. Es wird aber ganz anders gehandhabt. In den Niederlanden gibt es ein Policy Principle, also einen Grundsatz, auf den man sich politisch geeinigt hat, nämlich das Recht auf Nichtwissen. Und das Recht, die Beschäftigten im Gesundheitssystem, Ärztinnen, Hebammen, nehmen das sehr ernst und setzen das auch um. Und das sieht schlicht und einfach so aus, dass sie die schwange Frau, bevor sie überhaupt sagen, wollen wir jetzt mal diese Nackenfaltenmessung machen, fragen, möchten sie wissen, ob bei dem Kind eine Störung vorliegt oder möchten sie es gar nicht wissen. Und dann nehmen nur noch 30 Prozent den Test in Anspruch. Also es ist eine, es wird anders rübergebracht. Es ist mehr ein, also man muss aktiv sagen, dass man es will und es kommt nicht rüber als Selbstverständlichkeit oder vielleicht sogar als eine Art Pflicht oder als eine Art Empfehlung. Und das, denke ich, ist das Problem an der jetzigen Diskussion, aber auch schon an der Amniozenthese, dass es sich so verselbstständigt hat und so als Selbstverständlichkeit rübergekommen ist und man sich eigentlich gar nicht mehr fragt, brauchen wir das eigentlich, wollen wir das eigentlich? Und dann nochmal ganz kurz, dann höre ich auf, der Präner-Test und die anderen zielen ja nicht mehr nur auf Down-Syndrom, sondern auch auf inzwischen geschlechtschromosomenbezogene Krankheiten und die Kinder, die damit geboren werden, können da durchaus mit leben. Es ist überhaupt keine lebensgefährliche Erkrankung und auch die werden ja jetzt schon mit den neuen Tests erfasst. Gut, danke. Bevor ich an Frau Diehl weitergebe, wollten Sie, Sie hatten vorhin signalisiert, Sie wollten einen entgegnen? Wir kommen da nochmal drauf. Okay. Frau Diehl, ich habe schon gesagt, Sie haben sich letztes Jahr sehr engagiert zum Thema Social Freezing geäußert, also die Möglichkeit von Frauen, Eizellen einzufrieren. Sie haben es gehört, um sie dann bei Bedarf, wenn der Kinderwunsch da ist oder die Familie geplant wird, dann wieder aufzufrieren und einzusetzen. Warum sehen Sie darin, und Sie haben gesagt, Sie sehen darin ein ganz normales Angebot, wie Sie sagen, wären Sie unter diesem, weil wir jetzt im Moment noch über den Präner-Test reden, wären Sie unter dieser, weil es gehört ja sozusagen in diese Palette der Reproduktionstechnologien, würden Sie auch, wie Herr Zeres dafür plädieren, den Präner-Test grundsätzlich für alle Frauen verfügbar zu machen? Also einmal würde ich ganz gerne klarstellen wollen, dass ich zwar in den letzten Monaten dazu was publiziert habe, dass ich eben Social Freezing ein bisschen verteidigen wollte gegenüber den ganzen Gegenargumenten, die dagegen angebracht wurden. Aber das ging mir nicht darum, dass ich es mich, also ich bin nicht jemand, der jetzt hundertprozentig Reproduktionstechnologie verteidigt und auch nicht den Social Freezing, dass ich das nicht idealisieren möchte oder nicht als den einzigen Ausweg oder sowas zeigen möchte. Deswegen den Zusammenhang bei dieser Frage, die Sie mir gerade gestellt haben, das stellt sich mir einfach ein bisschen anders dar. Also ich bin prinzipiell immer dafür, dass Technologien den Leuten zugänglich gemacht werden. Das liegt sicherlich auch einfach daran, dass ich einfach immer mir auch vorgenommen habe, gerade dadurch, dass ich eben auch viel mit dem Thema Abtreibung zu tun hatte, immer von der Lebensrealität der Leute ausgehen wollte, dass es mir wichtig war, zu sehen, okay, in was für konkreten Situationen sind die. Aber natürlich auch immer hinterfragen muss, was für ein Druck wird auf die ausgeübt, was für Informationen bekommen sie. Also gerade deswegen stelle ich Ihnen auch vollkommen zu, dass es ein Problem ist, von einem Risiko zu sprechen. Und bei dem Thema Social Freezing ging es mir eher darum, dass ich eben nochmal klar sagen wollte, diese ganze Projektion darauf, dass die Frau jetzt wieder sozusagen für die heile Natur, also die sie repräsentieren muss. Oder dass sie eben, dass die Frau jetzt wieder bollweg gegen den Kapitalismus das darstellen muss. Also dagegen habe ich mich gewarnt. Also gegen diese Repräsentationen von dem Thema. Aber es ging nicht unbedingt, dass ich mich jetzt nur mit dieser Technologie tatsächlich auseinandersetzen wollte. Wobei ich es schon auch wichtig finde, und das liegt auch sicherlich daran, dass ich mich eben gerade sehr viel mit diesem Thema Kinderlosigkeit oder wir werden Frauen eben auch, ich sag mal, zur Mutterschaft gedrängt in unserer Gesellschaft mich eben auch damit beschäftigt habe, dass es halt tatsächlich eine gewisse Asymmetrie zwischen den Geschlechtern einfach darstellt, dass eben Männern suggeriert wird, dass sie einfach ewig mit der Familienplanung Zeit hätten, während Frauen halt sehr darauf immer wieder gedrängt werden, dass sie Familienplanung in den 30ern unbedingt abgeschlossen haben müssen. Und dass sich dadurch gewisse Asymmetrien auch entwickeln im Sinne von, wie man mit Partnerschaft umgeht, wie man die eigene Autonomie begreift, wie man eben auch in der Lohnarbeit, wie man da vorankommt. Und dass es da einfach, ja genau, eben Asymmetrien gibt dadurch. Aber es ging mir nicht darum, es einfach zu idealisieren, dass man mit Social Facing das alles lösen kann oder sowas. Das war jetzt nicht mein Punkt. Haben Sie? Dann an Herrn Bergmann. Sie haben eine empirische Studie über Reproduktionstourismus in spanischen und tschechischen Kliniken geschrieben, wo deutsche Paare unter anderem mittels Eizellspende zu Kindern kommen. Diese Frage, dass Paare ins Ausland fahren müssen, um eine bestimmte Technologie in Anspruch zu nehmen, wird ja immer hier in Anschlag gebracht, um zu sagen, wir müssen bestimmte Restriktionen lockern. Finden Sie dieses Argument schlüssig? Und wenn ja, können Sie das nochmal genauer erläutern? Sie meinen jetzt, welches Argument? Also es wird ja immer gesagt, weil hier bestimmte Reproduktionstechnologien nicht zur Verfügung stehen, müssen Paare unter qualitativ teilweise fragwürdige Bedingungen ins Ausland fahren, um um das dort in Anspruch zu nehmen. Deswegen brauchen wir das hier oder sollten das hier lockern, damit wir das, also damit Sie, finden Sie diese Argumentation schlüssig? Würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich meine, das führt jetzt alles auch ein bisschen weg vom Pränataltest, merke ich gerade. Also bei Barbara Dill schon ein bisschen ähnlich. Ich habe auch gerade überlegt, weil ich habe mich viel stärker halt eben mit der Situation davor, also bis Vorderzeugen beschäftigt, also mit In-vitro-Fertisation im Ausland, mit Eizellspende, Samenspende. Ich habe gerade auch überlegt, ob zum Beispiel, ich habe nämlich heute mal gesucht, ob es eine Studie gibt eigentlich für Paare, die mit In-vitro-Fertisation ihre Kinder bekommen haben oder mit Eizellspende, wie weit die zum Beispiel Pränataldiagnostik hinterher zurückgreifen. Das wäre zum Beispiel auch recht spannend, würde ich denken, zum Beispiel das reinzubringen oder ich dachte auch eben mit Dänemark, Niederlanden, da hier kommen ja ziemlich, also diese ganze sehr unterschiedliche europäische Regelungen, die wir haben, ist ja sowieso sehr interessant zu untersuchen. Warum ist das in dem einen Land so, warum ist das in dem anderen so? Also ich meine, hier fährt niemand aus Deutschland, fährt niemand zum Beispiel wegen der Pränataldiagnostik in ein anderes Land, weil das Angebot ist hier so weit, wie es in anderen Ländern auch gibt oder mindestens. Also warum Paare fahren? Die Paare fahren aus, oder es sind ja auch nicht nur Paare, es fahren heterosexuelle Paare, es fahren lesbische Paare, es fahren Frauen, die alleine ein Kind bekommen, sind zurzeit unterwegs in Europa und sicherlich in Deutschland sind sehr viele Leute, also sind viele Leute in anderen Ländern unterwegs, eben wegen der Eizellspende, weil die hier verboten ist. Aber zum Teil auch wegen der normalen In-vitro-Fertisation, weil sie eben, oder in der Samenspende, weil die wird zwar mittlerweile unter der Hand für lesbische Paare angeboten, aber ist eben in Dänemark, wird sie weiters offener angeboten. Zum Beispiel britische Paare, die ich in Barcelona interviewt habe, die zum Beispiel in Großbritannien ist die Eizellspende legal, aber da geht es zum Beispiel darum, dass die die britischen Wartelisten umgehen wollen. Also die Gründe sind sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Nationen, Gruppen sie da reden. Ich denke, man muss, um vielleicht auf die Frage, die Sie eingangs gestellt haben, nochmal zurückkommen. Man sollte unterscheiden, dazwischen, wem werden Technologien zugänglich gemacht oder verweigert. Also das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, sind die Technologien oder die Praktiken akzeptabel, vertretbar, wollen wir das als Gesellschaft? Das sind ja zwei ganz verschiedene Gründe. Und meines Wissens ist es sogar so in Deutschland, aber da kann mich das Publikum vielleicht korrigieren, dass ein lesbisches Paar nicht einmal eine normale Befruchtung vornehmen darf mit Samenspende, weil man nämlich durch das Medizinsystem gehen muss. Das stimmt nicht mehr. Gut, also ich weiß es aus dem Bekanntenkreis, dass es wohl mal so war. Und also das zum Beispiel leuchtet mir persönlich nicht ein, diese Vorschrift, warum das so sein soll. Da geht es ja um eine Praxis, die ja, also nach meinem Dafürhalten moralisch und sozial unproblematisch ist. Und ich denke auch nicht, dass Leuten, weil sie verheiratet oder nicht verheiratet sind, bestimmte Praktiken vorenthalten werden sollten. Ob man die Eizelspende und die Leihmutterschaft haben will als Gesellschaft, das ist davon separat zu betrachten, denke ich. Aber wie gesagt, dieses Argument kommt ja, dieses Argument kommt ja oft. Aber es ist ja, also es ist ja logisch, dann in dem Fall muss ich ja ins Jahres zustimmen, eine gewisse Portion Logik ist ja ganz sinnvoll. Es ist ja nicht logisch, etwas zuzulassen, was man für problematisch hält, weil es anderswo auch gemacht wird und da auch problematisch ist. Das sehe ich nicht ganz ein. Mir kommt es vielleicht nochmal darauf an, wir haben ja eben diskutiert, wer soll diese Techniken in Anspruch nehmen können, der Brennertest und wer nicht. Wir haben uns als Gesellschaft für Mangenetik nie zu Fragen der Kostenübernahmen geäußert. Wir haben nie gefordert, das muss die gesetzliche Krankenversicherung bezahlen. Wir sagen, es gibt im Moment eine massive Asymmetrie und zwar in hohem Ausmaße werden Fruchtwasserfunktionen finanziert mit der gleichen Fragestellung und der gleichen Sicht Down-Syndrom. Und jetzt sagen wir, bei einem Test, der kein kindliches Risiko mehr hat, geht es auf gar keinen Fall. Wenn Sie das mal genauer durchdenken, die Ethik, die Logik, die dahinter steckt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Frauen mit einem erhöhten Risiko das machen. Als Gesellschaft akzeptieren wir auch Schwangerschaftsabbrüche deshalb. Da ist ein Riesenkrampf mit § 218, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Jetzt kommt ein neuer Test, eine neue Qualität, die eben auch Frauen den Zugang ermöglicht mit niedrigeren Risiken, aber für die gleiche Behinderung. Vielleicht akzeptieren wir das. Und jetzt sagt man, jetzt wird es ein ethisches Problem für die Gesellschaft. Vorher haben wir gesagt, das akzeptieren wir und jetzt sage ich es mal etwas locker. Das Problem ist quantitativ beherrschbar, aber wenn es jetzt plötzlich Frauen zugänglich gemacht werden soll mit individuell geringem Ausgangsrisiko, da sehen wir ein großes Problem. Und da denke ich, in einer Informationsgesellschaft kommt man nicht mit einer logischen Regelung in dem Punkt weiter. Wie will man das beherrschen? Will man sagen, wir verbieten das ganz? Sind Verbote überhaupt eine Antwort? Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Als ich heute gekommen bin, jeder arbeitet mit Handys und Laptops und so weiter. Keiner redet mehr in der U-Bahn, sondern jeder beschäftigt sich. Wir müssen irgendwo akzeptieren, in einer Informationsgesellschaft haben wir plötzlich auch Möglichkeiten, Informationen über das werdende Kind zu bekommen. Und wie antwortet eine Gesellschaft darauf? Es geht um die kulturelle Wertschätzung von Behinderung. Da müssen wir was tun. Und das ist entscheidend. Es geht den Kindern und den Familien mit behinderten Kindern nicht so, dass man sagen würde, das ist nicht ein Armutsrisiko für die Betroffenen und und und. Da müssen wir ansetzen. Da müssen wir uns aktiv mit auseinandersetzen. Aber nicht so tun, dass wir jetzt mit einem Verbot, Pränatest, letztendlich irgendein ethisches Problem in dieser Gesellschaft oder sogar den Behinderten was Gutes tun, damit wir Frauen diese Entscheidung sozusagen abnehmen. Nein, das ist eine ganz neue Qualität, die fordert gesamtgesellschaftliches Engagement. Und so haben wir uns als Gesellschaft für Humangenetik geäußert. Intensive Beratung. 1968 gab es von den Grünen eine Tagung gegen Gentechnik. Da wurde gesagt, humangenetische Beratung abschaffen. Das genaue Gegenteil müssen wir machen. Wir müssen informieren. Denn wenn Sie mal umfragen, Sie können doch auch hier mal einen Test machen. Wie hoch ist denn das Risiko einer 40-Jährigen, ein Kind mit Down-Syndrom zu kriegen? Risiko. Da werden Sie, wenn Sie Schüler fragen, immer höheren 20, 30 Prozent. Die Leute haben keine klare Vorstellung von der wirklichen Wahrscheinlichkeit, die damit zusammenhängt. Ist nämlich ein Prozent. Wir müssen aufklären, informieren. Und letzter Satz, da gehören natürlich auch die Behindertenverbände mit dazu. Ich habe hier einen Flyer eines Down-Syndrom-Info-Centers. Wenn da steht, die Ersten haben in Europa Hochschulabschlüsse gemacht. Nein, es sind, wenn überhaupt, ganz wenige. Man muss ganz realistisch informieren und nicht irgendwas erzählen. Denn dann passiert genau das. Mein Kind mit Behinderung ist weniger schwer betroffen als dein Kind, was eine Träse mit 13 hat und gar nichts kann. So, da müssen wir als Gesellschaft tätig werden. Und zwar alle, alle Gruppierungen. Frau Rüffer. So, das war jetzt ein ziemlicher Ritt. Also ich glaube auch, dass es Informationsbedarf gibt. Ich könnte jetzt darüber reden, ob es weiterhilft, wenn alle am Datteln sind. So, ob das wirklich Informationen bringt oder vielleicht auch ein Stück weit Desinformation. Gerade im medizinischen Bereich glaube ich, dass das auch ein Problem ist, wenn Schwangere sich nur noch im Internet befinden und vor lauter Problemen, die man da findet. Sozusagen die gute Situation, in der man ist, da vielleicht auch ein Stück weit zu genießen. Die andere Sache ist, was mir nicht schmeckt an dem, was Sie gesagt haben, war die Wahrscheinlichkeit mit 40 Jahren ein Kind mit Down-Syndrom, wir bleiben bei dem Beispiel zu bekommen, liegt nur bei einem Prozent. Das ist richtig, dass der Prozentsatz so ist. Was mich daran stört, ist, dass Sie implizieren, dass es ein Problem sein könnte, wenn das Kind mit dem Down-Syndrom geboren wird. Das habe ich überhaupt nie gemacht. Ich habe Sie auch nicht unterbrochen, deswegen rede ich jetzt auch einfach weiter. So, wir haben im Jahr 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert in der Bundesrepublik. Wir haben uns damit dazu verpflichtet, dass wir Vorurteile gegenüber behinderten Menschen systematisch abbauen wollen. Es ist so, dass es mir persönlich und der Gesellschaft sollte es auch völlig egal sein, ob ein Mensch mit Down-Syndrom irgendwann einen Hochschulabschluss machen kann oder nicht. Das gilt für jedes andere Kind auch. Das wird sich im Verlauf der Biografie dann herausstellen. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit bestimmt sogar bei einem Kind mit Down-Syndrom geringer. Aber wir sehen an der Entwicklung natürlich, in diesem Fall bleibend, der letzten Jahrzehnte, dass sich da einfach ganz neue Möglichkeiten herausgestellt haben durch Förderung. Das ist ein Punkt. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein Riesenproblem mit dem Heben von Talenten dadurch, dass wir dazu neigen, behinderte Menschen immer noch zu exkludieren. Das hat verschiedene Nachteile. Und ein gravierender Nachteil ist, dass wir kaum in Berührung kommen in unserem Alltag mit Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, dass das sozusagen der zentrale Anknüpfungspunkt sein müsste, um dafür zu sorgen, dass die Ängste gegenüber Menschen mit Behinderung sozusagen einfach genommen werden und auch erkannt wird, dass ein Leben mit Behinderung genauso glücklich sein kann wie jedes andere auch. So, und was die Frage der Pränataldiagnostik anbelangt, ich sehe, dass, also da haben wir eine Übereinstimmung. Also ich finde, dass auch, also dass die gesamte Pränataldiagnostik hochproblematisch ist, weil die Leute in so eine Schwangerschaft hineingehen und das Gefühl haben, dass es ganz normal ist, diese Untersuchungen über sich ergehen zu lassen, ohne vorher darüber nachdenken zu können, was denn die Konsequenz aus solchen Untersuchungen ist. Und Ärzte neigen auch nicht dazu, diese Art von Beratung anzubieten, sondern es gibt einen Automatismus, der dazu führt, dass immer weniger Menschen, um in dem Beispiel zu bleiben, mit Down-Syndrom auf die Welt kommen. So, und dann nutze ich die Gelegenheit, wenn es im Moment ansteht, darüber zu diskutieren, ob es richtig ist, diesen Weg weiterzugehen mit der Einführung eines Pränatestes, ohne auf der anderen Seite zu berücksichtigen, welche gesellschaftlichen Folgen das hat, ohne zu berücksichtigen, ob es in der Tat in der realen Welt Beratung gibt und Beratungsangebote gibt. Das passt alles nicht zusammen. Und ich sage politisch, ich erwarte von einer Bundesregierung, die genau diesen Prozess auf den Weg gebracht hat, dass sie sich intensiv mit solchen Fragen auseinandersetzt. Und es geht für mich auch ganz weit über den Pränatest hinaus. Es geht darum, dass wir gesellschaftlich nicht nur über die Frage der Inklusion, das ist so eine große Worthülse. Und interessant ist ja, sobald dann die Kinder mit Down-Syndrom auf der Welt sind, bekommen sie viel Unterstützung. Da gibt es dann plötzlich Unterstützungsangebote, ob die immer gut sind oder nicht, ist eine andere Frage. Aber dann scheinen sie erwünscht zu sein. Aber auf dem Weg dahin wird alles getan, um dieses Leben zu verhindern. Und ich finde auch, man kann noch grundsätzlicher, es ist ein Diskriminierungstatbestand. Das ist eine Diskriminierung von Behinderung von Beginn an. Und natürlich kann man noch grundsätzlicher, wenn man über die Frage Spätabtreibung und so weiter, das gehört eigentlich alles zusammen. Ich bin, was den 218 anbelangt, voll auf grüner Linie. Ich bin da ganz liberal, aber ich bin der Meinung, gleiches Recht für alle und keine Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Ich denke, was auch noch sehr wichtig ist, was man immer im Kopf haben sollte, ist, man kann jede Art von Untersuchung, also von vorgeburtlicher Untersuchung und Tests und so weiter machen. Es gibt keine Garantie darauf, dass es dann ein gesundes Kind wird. nicht nur, weil die Tests oft ungenau sind oder weil es Fehlinterpretationen gibt, sondern einfach deswegen, weil die meisten Behinderungen erst entstehen, bei der Geburt oder nach der Geburt. Und das ist, glaube ich, ich denke, das ist auch so etwas, was wir hier noch mal ein bisschen diskutieren sollten, diese Frage dieser falschen Sicherheiten, in denen die Frauen da gewogen, gewiegt werden. weil ich denke, weil das, glaube ich, auch gesellschaftlich von großer Bedeutung ist. Ich würde ganz gerne jetzt ein bisschen weitergehen und noch mal einen anderen Aspekt vielleicht reinbringen. Wir diskutieren diese Reproduktionstechnologien, das hatte ich anfangs versucht zu skizzieren, ja immer auch unter der Prämisse des Selbstbestimmungsrechts der Frau. Wo gesagt wird, wir haben das Recht auf Abtreibung, das ist ja vorhin angeklungen, wir haben das Recht auch darauf, die bestehenden, Frau Diehl hat es vorhin ein bisschen anklicken lassen, die bestehenden Angebote, die der Markt hat, auch in Anspruch zu nehmen. Frau Braun, damals ging es um Selbstbestimmung, heute plötzlich nicht mehr? Doch, natürlich geht es heute auch noch um Selbstbestimmung, aber Selbstbestimmung ist natürlich ein umstrittener Begriff, der ist immer schon umstritten gewesen. Da werden verschiedene Dinge drunter verstanden. Wenn ich noch mal zurückdenke an die frühe Phase der Frauenbewegung, Anfang der 70er Jahre, als der Kampf sich tatsächlich sehr stark an der Frage Abtreibungsrecht entzündet hat, muss man sehen, auch da gab es schon eine kontroverse Diskussion innerhalb des Feminismus oder verschiedener Feministinnen, in welcher Weise man dieses Recht auf Selbstbestimmung verstehen will. Und auch beim Schwangerschaftsabbruch gab es verschiedene, also nicht Positionen, aber verschiedene Deutungen dessen, was dieses Recht bedeutet. Also die einen haben gesagt, haben es Recht auf Wahlfreiheit genannt, the right to choose, also einfach das Recht, eine Entscheidung zu treffen, egal wie sie ausfällt. Und die anderen haben gesagt, man muss auch den ganzen, wir Feministinnen müssen auch den ganzen Kontext mit einbeziehen, unter dem Frauen ungewollt schwanger werden überhaupt erst. Und wir, also Leute wie Catherine McKinn war damals, da wäre ich sehr populär in der Beziehung, die Radikalfeministen, die gesagt haben, ja, das hat auch was zu tun mit der Situation, wer verhütet und wer verhütet nicht. Es hat auch was damit zu tun mit Freiwilligkeit oder nicht Freiwilligkeit. Es hat auch was mit Sexualität zu tun. Es hat mit vielen Dingen was zu tun und nicht nur mit dieser einen punktuellen Situation, in der ich wählen soll, ja oder nein. Also die Frage des Selbstbestimmungsrechtes hat sich inzwischen, finde ich, jedenfalls in manchen Strängen, sehr stark zugespitzt auf diese eine punktuelle Entscheidungssituation, nicht nur was den 218 angeht. Also als wenn es nur darum geht, auszuwählen aus einem bestimmten Angebot. Aber ich kann, ich muss ja auch in Betracht ziehen, zwischen was und was wähle ich denn aus? Welche Entscheidung habe ich denn? Also welche Entscheidung habe ich nicht? Welche Optionen habe ich denn nicht? Unter welchen Bedingungen kommen diese Optionen überhaupt zustande? Kann ich wirklich frei wählen zu sagen, ja, ich will es gar nicht wissen und dann kriege ich halt ein Kind mit einer Behinderung und vielleicht kriege ich später sogar noch ein zweites, weil die Wahrscheinlichkeit dafür höher ist und dann wird mein Leben auch weitergehen. Ich brauche mir keine Sorgen zu haben. Warum habe ich diese Freiheit überhaupt? Und also die ganze Problematik fällt unter Umständen unter den Tisch. Und dann muss man eben auch sehen, der Kampf um das Abtreibungsrecht hing auch zusammen mit dem Kampf um sexuelle Selbstbestimmung. Also gegen Gewalt gegen Frauen, gegen sexuelle Übergriffe, gegen Vergewaltigung in der Ehe und war gefasst als ein Abwehrrecht. Also ich habe das Recht, Übergriffe, eine Verfügung über meinen Körper abzuwehren und wenn sie darin besteht, dass jemand mir sagt, du musst diese Schwangerschaft austragen, die ich aber gar nicht gewollt habe. Das ist eine ganz andere Situation, als zu sagen, oder gibt es irgendwie die und die technischen Möglichkeiten und ich muss das Recht haben, alle nutzen zu können und keiner darf mir das verwehren. Das ist eine Konsumhaltung im Grunde. Das ist die Selbstbestimmung der Konsumentin und bezieht nicht mit ein, was für Optionen sind das denn und was bedeutet das gesellschaftlich, die alle unbedingt anbieten zu müssen? Darf ich da was ergänzen? Ich sehe hier einen gewissen Wertungswiderspruch. Sie haben gesagt, Sie sind ganz auf der Linie Schwangerschaftsabbruch als natürlich akzeptiert. Zu uns kommen Ratsuchende mitten aus dieser Gesellschaft und die erleben, dass in jedem Jahr, ich habe die Zahlen hier 2012, 106.815 Schwangerschaftsabbrüche erfolgt sind und davon 103.462 nach der Beratungsregel und 3.326, das sind 3,1 Prozent mit der medizinischen Indikation, die auch die Pränataldiagnostik einbezieht. Unsere Ratsuchende sitzen nicht auf dem Podium. Die haben auch kein ethisches Hauptseminar. Das sind Menschen aus dieser Gesellschaft, die sehen das Abbruch offensichtlich, was Akzeptiertes in dieser Gesellschaft ist. Und mit diesem Vorwissen gehen sie natürlich auch bezogen auf ihre immer später eintretende Schwangerschaft immer weniger Kinder und sagen, so, in dieser Gesellschaft lebe ich und dann nehme ich das mit in die Diskussion. Was mir fehlt, ist in der Diskussion genau auch das zu thematisieren. 106.000 Schwangerschaftsabbrüche, das ist nicht nur Fremdbestimmung der Frau und wie auch immer, sondern das ist etwas, was wir als Gesellschaft akzeptieren und gar nicht mehr darüber diskutieren. Und das verändert doch unser Wertdenken in dieser Gesellschaft, ob wir das wollen oder nicht. Möchte unmittelbar jemand was drauf sagen? Ja, ich müsste mich dann jetzt wiederholen. Das ist eine andere Begründung. Also keine Frau kann gezwungen werden, eine Schwangerschaft auszutragen, wenn sie nicht schwanger sein will. Das ist ein Übergriff auf ihr Leben, auf ihren Körper. Sie kann ihren Körper auch nicht während der Zeit verlassen und dann nach neun Monaten wieder zurückkehren oder so. Das geht nun mal leider nicht. Das ist aber eine ganz andere Begründung. Dass es vielleicht trotzdem wünschenswert wäre, weniger Frauen würden ungewollt schwanger, ist sicher, klar. Also warum nicht? Ist nichts gegen zu sagen. Dennoch, im Gegenteil, das wäre vielleicht ganz schön, dennoch muss diese Möglichkeit bestehen und die sagt noch nichts darüber aus, wie wir als Gesellschaft dazu stehen, dass Kinder geboren werden, die eben die ein oder andere Beeinträchtigung haben oder auch mal eine Krankheit haben oder ähnliches. Und dass das Problem an der ganzen Diskussion jetzt auch um die neue Pränataldiagnostik, denke ich, ist, dass sie gleichzeitig mit einer großen Verunsicherung einhergeht. Also mit Hysterie ist jetzt vielleicht schon fast zu stark, aber doch mit einer Verunsicherung der Frauen in dem Sinne, dass Schwanger sein ist ein Problem und es gibt Risiken und es gibt ganz viele und ich muss ganz früh schon testen. Also man wird ja sehr, sehr früh in der Schwangerschaft schon damit konfrontiert, was alles passieren kann. Und es wird suggeriert, wenn sie den Test machen, dann können sie beruhigt sein, was natürlich auch nicht stimmt. Und viele Frauen denken, dann mache ich das halt, dann bin ich beruhigt oder tue womöglich auch noch was Gutes für mein Kind. Und ich denke, die wirkliche Unsicherheit im Leben der meisten Frauen besteht aber in ganz anderen Gründen. Es besteht darin, dass man halt nur einen Arbeitsvertrag hat bis nächsten Sommer und danach wieder gar keinen und dass man nicht weiß, wovon man im Alter leben soll und mit dem Kind halt auch nicht. und ja, also dass die Wohnung einfach immer teurer wird und dass man vielleicht da irgendwann raus muss. Und diese Grundunsicherheit, die finde ich, ist das Problem und nicht die 1, ich weiß nicht was Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das Kind vielleicht eine Trisomie 21 hat. Ich habe es gesehen, ich würde jetzt aber ganz gern Frau Diel noch mal in die Diskussion mit einbeziehen. Frau Braun hat eben gesagt, die Entscheidungen müssten auch kontextualisiert laufen und es ist schwierig, in dieser Gesellschaft diese Kontexte einfach auch auszublenden. Also zum Beispiel ein behindertes, im Wissen ein behindertes, man bekommt ein Kind mit einem Handicap, sage ich jetzt mal, ist ja erst mal ein Schwangerschaft, also ist erst mal belastend in der Schwangerschaft und man muss sich damit auseinandersetzen, weil man weiß, und da hat ja auch Herr Zeres darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft überhaupt nicht so aufgestellt ist, dass man hier gut mit Behinderten leben kann. Würden Sie unter dieser Perspektive gerade deswegen, weil es so ist, ganz stark für die Selbstbestimmung auch in Bezug auf reproduktionstechnologische Dinge wie jetzt den Präna-Test plädieren? Darf ich plädieren? Es wurde ja gesagt, also auf der einen Seite wird ja gesagt, dieser Präna-Test wirkt diskriminierend. Das ist, was Frau Rüffer sagt, in dem Moment, wo das Screening-mäßig betrieben wird, wird quasi signalisiert, euch, die wir hier aussondern und die aber mit dieser Ausprägung als lebende Menschen leben, euch wollen wir nicht. Das ist eine implizite Form von Diskriminierung. Das heißt, das ist natürlich eine Geschichte, womit man sich auch in diesem Schwangerschaftskonflikt, den man ja hat, auseinandersetzen muss. Und es ist ja auch klar, dass in dieser Gesellschaft Menschen oder Familien mit behinderten Kindern viel schwerer haben, als wenn sie Kinder haben, die nicht behindert sind. Wäre unter diesem Fall dieses Selbstbestimmungsrecht so stark zu machen, dass man sagen müsste, doch, es müsste, wir müssten, verstehen Sie jetzt die Frage? Genau, das Problem ist natürlich, und darauf haben Sie eigentlich auch schon hingewiesen, das Problem ist natürlich, wenn das halt immer individualisiert wird. Also wenn eben diese ganzen gesellschaftlichen Kontexte, natürlich reden wir uns alle immer den Mund fusselig, wir müssen eine Gesellschaft haben, die eben behinderte Menschen eher aufnimmt, integriert und willkommen heißt, aber natürlich leben wir auf der anderen Seite nun mal in einer Welt, die sich an krassen Leistungsprinzipien orientiert und wo einfach ganz andere Regeln wirken, als das, was wir uns moralisch wünschen, würde ich mal sagen. Und das ist halt immer wieder die Diskrepanz bei, ich glaube, das ist aber bei allen, die hier sitzen, sehen wir das ja ähnlich durchaus. Und ich hätte aber, davon abgesehen, auch mal das Bedürfnis, eben noch mal einen ganz anderen Kontext hier reinzubringen, der eine gewisse Erweiterung des Themenfeldes darstellt, den ich aber trotzdem auch sehr wichtig finde, weil ich finde nämlich auch bei der ganzen Thematisierung von eben Reproduktionstechnologien auch sehr wichtig, mal sich genauer zu betrachten, warum wird eigentlich in unserer Gesellschaft, das so vermittelt uns, ist, dass wir eben Gemeinschaft, Liebe, Stabilität in unserem Leben vor allem dadurch herstellen können, dass wir ein eigenes Kind bekommen und das dann eben in einer eigenen Familie eben dann, also damit halt leben. Und das ist natürlich jetzt auch mein Thema, weil ich mir halt natürlich die Freiheit genommen habe, tatsächlich keine Kinder bekommen zu wollen. Und ich finde es aber auch sehr wichtig, eben sich nochmal genau zu betrachten, okay, was projizieren wir eigentlich darauf, was wir irgendwie auch kompensieren müssen, weil wir das nicht mehr anders herstellen können in unserer Gesellschaft. Und dass wir eben Gemeinschaft, auch eben wirklich sowas wie solidarisches Zusammenleben, vor allem über das eigene Kind, das dann eben auch gewissen Standards entsprechen muss, dass wir eben optimieren wollen und so weiter. Also warum können wir das nur darüber herstellen, wodurch natürlich auch diese ganze Nachfrage, diese ganze Diskussion, die wir hier haben, produziert wird. Weil natürlich dann dieses eine Kind, worüber wir das herstellen wollen, muss natürlich dann so und so und so aussehen. Und dadurch haben wir eben auch natürlich diese Probleme. Und meine Frage wäre eben auch, können wir das nicht auch ganz anders denken vielleicht? Also können wir zum Beispiel soziale Elternschaften mehr fördern? Können wir ein Zusammenleben mehr fördern außerhalb der Kleinfamilie zum Beispiel? Dass sich nicht nur auf eben diese, auf diesen Zusammenhalt, der eben sehr reduziert ist, eben auch sehr isoliert. Weil das Problem ist ja auch, die Frauen sind ja auch oft sehr alleine mit dem Problem. Also von wegen der Individualisierung. Also wieso haben wir eine Gesellschaft überhaupt, in der Menschen isoliert immer so, nur auf eben eine Ehe, eine Partnerschaft und dann müssen die alles regeln. Die müssen das alles alleine lösen. Also wie sind wir eigentlich da hingekommen? Und ich erzähle immer ganz gerne, dass ich einmal bei einer Buchvorstellung, also von diesem Buch über Kinderlosigkeit, da war eine ältere Frau und das war so schön. Die hat im Publikum gesessen und die hat eben gemeint, also sie ist ja noch auf dem Bauernhof groß geworden und fand das eigentlich total interessant und irgendwie erschien es wie so ein historischer Unfall, dass jetzt irgendwie alle so vereinzelt in diese kleine Familie zurück sich reduziert haben und nur noch da irgendwie eben diese ganzen Ansprüche dieser Leistungsgesellschaft, wo eben auch mittlerweile Elternschaft ein Teil der Leistungsgesellschaft geworden ist und deswegen haben wir ja auch diese Probleme. Also wie konnte das überhaupt dazu kommen, während wir doch mal andere Modelle hatten, wo eben Leute größere auch Verantwortungsgemeinschaften gebildet haben. Also ich will jetzt auch nicht jetzt sozusagen diese familiäre Großfamilie idealisieren, weil da wollten ja auch viele raus. Die Frage wäre nur eher, können wir das als Vorbild eben auch nehmen, um halt wieder auch eine andere Form von Solidarität halt zu leben, wo die Leute wieder mehr aufeinander aufpassen und wo das eben auch rechtlich und das wäre auch meine Frage dann eben an die Grünen zum Beispiel, also kann man das auch rechtlich absichern, dass hier wirklich andere Formen von Verantwortung übernommen werden, wo Leute halt nicht immer nur so alleine isoliert auf sich gestellt sind und dann eben mit diesen ganzen Problemen da stehen und natürlich dann ja totale moralische, finanzielle Konflikte haben. Das kriegt ja alles, das kriegt man ja nicht mental in einen Hut. Und ich wollte nur mal anwählen, weil es gab nämlich interessanterweise, es wäre jetzt wirklich eine konkrete Frage der politischen Umsetzung. Ich habe nämlich gehört, dass es in Kanada seit einem Jahr ein Gesetz gibt, wo, wenn ein Kind geboren wird, bis zu vier Personen soziale Eltern sein können dafür, die dann die gleichen Rechten und Pflichten haben. Und ich habe mich halt gefragt, okay, in Deutschland wäre so etwas möglich. Ich finde das, für mich ist das, glaube ich, der totale Schritt nach vorne, wo eben wirklich Leute entlastet werden, die sich eben nicht nur zu zweit oder meinetwegen bei den Zahlen der alleinerziehenden Frauen eben nur eine Person sich um Kinderbetreuung und das Ganze drumherum kümmern muss. Wäre sowas in Deutschland überhaupt möglich? Und ich habe irgendwie gedacht, nee, wahrscheinlich nicht, weil nämlich in Deutschland, glaube ich, wirklich noch extrem viel wirklich über, ich sage mal, so Blutzugehörigkeit gedacht wird. Ja, und ich glaube, da muss sich noch viel ändern. Frau Dill, ich habe es auf der Agenda gehabt, aber ich danke Ihnen, dass Sie es schon eingebracht haben. Ich glaube, dass dazu Herr Bergmann einiges noch zu sagen hat. Ist es okay, wenn ich Ihnen nochmal vor... Okay, gut. Ja, danke, Sarah Dill, dass Sie eben noch diese Vorlage geliefert haben, weil das finde ich eigentlich auch ein spannendes Thema. Also das zum einen Verwandtschaft, einfach nochmal anders zu denken, weil das dachte ich mir auch, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, ist immer, dass natürlich wird immer die In-Vitro-Fertilisation etc. hat natürlich was, dass es sehr alternativlos wirkt. Und da andere Modelle wieder, auch mal wieder zurück in Altomol, der finde ich sehr gut. Und ich finde auch, gut, das liegt jetzt ein bisschen an mir liegt dieser Rechtsdiskurs nicht so ganz. Da bin ich nicht so drin. Deshalb kann ich als Anthropologe mehr Fälle aus der Praxis schildern. Aber dennoch was, was ich wichtig finde, wenn wir uns die ganze Geschichte der Reproduktionsmedizin eigentlich angucken, und dass wir schon immer eigentlich wieder dazu gucken, zurückkommen sollten, in welchen Produktions- und Reproduktionsbedingungen findet das denn statt. Also ich finde einfach, die ganze Geschichte in Großbritannien ist da extrem informativ. Also als die ersten Versuche in den 50er Jahren dort starten, da haben wir halt noch Großbritannien eben mit einem Wohlfahrtsstaats- und Gesundheitssystem, dann als eben dann 1978 das erste Kind nach künstlicher Beruchtung geboren wird. Also das ist in 3 Jahren, dann 40 Jahre her. In 79 kommt Thatcher heran, dann haben wir den britischen Neoliberalismus und ich beziehe mich jetzt auf Sarah Franklin, die eine der ersten Studien zu IVF in Großbritannien geschrieben hat, die es sehr gut herausgabe, wie eben auch diese Technologie dann später in den 80ern, 90ern eigentlich auch zu einer sehr gut eben mit dem Neoliberalismus funktioniert hat, weil es eben immer diese Anrufung gab, es gibt jetzt diese Möglichkeit, du kannst es tun, also du musst nicht nur in deine Unfruchtbarkeit jetzt quasi verharren, sondern du kannst da was tun, aber eben dann auch zu diesem Paradox geführt hat, könnte man auch heute sagen, es ist jetzt heute auch so eine, ich habe das jetzt auch schon mitgekriegt, dass eben Verwandte oder so auch natürlich damit ankommen, mach doch das mal oder so und das, ja eben, also naja, das nennen ja natürlich, ich meine seit 40 Jahren gibt es IVF, es gibt mittlerweile 5 Millionen Kinder dadurch geboren, also das und einfach diese Option steht im Raum und die steht aber glaube ich mittlerweile auch so paradox im Raum, dass man sich damit auch entlasten kann, selbst damit kein Kind zu kriegen, also wenn immer alles schief geht, aber man hat was getan, also das sind ja schon neue Zwänge und die finde ich, die haben auch so was Neoliberales, trotzdem würde ich sagen, unter anderen Produktionen, Reproduktionsbedingungen könnte die Technologie auch anders sein. Frau Rüffer, Sie hatten sich gemeldet. Ja, es sind ja zwischenzeitlich sind wir eigentlich schon ein Stück weit, aber ich würde gerne so ein paar Punkte noch setzen, also wie absurd die Situation ist, es gibt ja so ein paar Studien, die zum Beispiel die Frage stellen, wenn Sie ein Kind erwarten würden mit einer Gaumenspalte, würden Sie das dann kriegen wollen. Das sind ganz hohe Prozentsätze von werdenden Eltern, die sagen nö, dann abtreiben eher. so und das zeigt, wie schräg wir liegen und dass dieser Ansatz zu sagen, wir haben es da vielleicht auch mit der Konsumhaltung zu tun, dass das durchaus richtig ist. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es eben dann auch eine gesellschaftliche und auch eine politische Verpflichtung, Aufklärung zu betreiben, Beratung zu betreiben und sozusagen die Konsequenzen des Handelns für die Gesellschaft dann auch deutlich zu machen. Und das kommt mir zu kurz. Also sozusagen rein akzeptierend dazustehen und zu sagen, oh gut, also wir haben immer mehr Möglichkeiten, die wollen wir dann auch nutzen, wir können uns nicht dagegenstellen und nicht mal innehalten und Diskussionen führen, die zu einem anderen Bewusstsein innerhalb der Gesellschaft führen, das hielte ich für den falschen Weg. Und dann ist an anderer Stelle noch gesagt worden, man könne in dieser Gesellschaft nicht gut mit einem Kind mit Behinderung leben. Ich würde weitergehen und sagen, es ist höchst fraglich, ob man überhaupt gut mit Kindern leben kann, weil der Druck doch ganz erheblich ist. Also es muss man einfach sagen, wenn man sich sozusagen ganz, ganz unpolitisch einfach unter Freunden, unter Bekannten umschaut und mal hinschaut, wie viel Belastung das bedeutet. also zwei Menschen in der Regel sozusagen die Kleinfamilie, Mutter und Vater, beide Vollzeit erwerbstätig, das ist gesellschaftlich gefordert, aber auch nötig, weil es finanziell anders nicht funktioniert. Kinder, für die man keinen Betreuungsplatz findet oder vielleicht auch keinen qualitativ hochwertigen, also sozusagen der ganze Druck ja über gesellschaftlich auch produziert, also eine krasse Veränderung, glaube ich, also die 80er Jahre oder so, die waren ja entspannt gegenüber der Zeit, in der wir uns heute befinden, nach meiner Wahrnehmung, aber natürlich nicht das, wohin wir zurück wollen, sondern ich glaube, wir müssen uns einfach darüber unterhalten, wie eine Gesellschaft sozusagen lebenswert ist für alle Beteiligten, also für Menschen, die Kinder haben oder auch keine haben, wie ist es möglich, sozusagen aus dieser ganzen Dynamik rauszufinden und sich selbst Wege zu schaffen, auch nochmal durchatmen zu können und da ist man dann ganz leicht an dem Punkt, den Sie angesprochen haben, ich nehme das auch so wahr, es gibt so einen Rückzug ins Private, in die Kernfamilie, es gibt weniger Strukturen, die zum Beispiel bei der Betreuung von Kindern irgendwie auffangen, in Berlin mag das anders sein, aber kann ich nicht beurteilen, aber ansonsten nehme ich das so wahr, dass es eben keine, also seltenst, ja, gute private Netzwerke gibt, auf die man zurückgreifen kann, wenn dann vielleicht mal Notfalle entsteht oder so, aber es ist ja kaum die Zeit da, individuell sozusagen an diesen anderen Netzwerken auch zu arbeiten, so und da, glaube ich, steckt ein erhebliches Problem der Zeit und was den Familienbegriff anbelangt, also rechtlich kann man solche Dinge natürlich lösen, also wir sehen ja, dass der Familienbegriff sich, also Stichwort Ehe für alle, wobei ich hoffe, dass wir niemanden zwingen wollen zu heiraten, das sollte man auch mal sagen, aber also der Familienbegriff entwickelt sich natürlich, aber es muss, glaube ich, also es müsste dazu, um das durchzusetzen, einfach eine andere gesellschaftliche Dynamik geben, die ich im Moment nicht sehe, also es gibt eher so einen Rückzug ins Private, um irgendwie zu überleben und den Kopf über Wasser zu halten und ich glaube, dass, um auf diesen Punkt noch mal zurückzukommen, das Leben mit Behinderungen, es gibt, also natürlich Schwierigkeiten, das ist ganz klar, aber es gibt gute Möglichkeiten, gut mit Behinderungen auch in dieser Gesellschaft mit all ihren Defiziten zu leben und gerade mit den Behinderungen, über die wir gerade sprechen, überhaupt kein Problem, genauso glücklich, genauso einfach, glaube ich, auch von Elternseite, sozusagen, das wird dann überhöht und da sollte man vielleicht Vorurteile dann auch nicht weiter unterstützen. Vielleicht da direkt im Anschluss zu, ich würde Ihnen sofort zustimmen, dass die Eltern, wenn sie ein behindertes Kind haben, dieses Kind über alles lieben und alles tun. Das kann man aber nicht sozusagen umkehren, dann müsste man ja sagen, wenn ich ein hohes Risiko für ein behindertes Kind habe, müsste ich es ja genauso annehmen und für mich kein Problem darstellen, als wenn das nicht so ist. Ich schildere mal eine ganz kleine Situation. Dieses Gaumenspaltenbeispiel irritiert mich deshalb, weil ich Paare mit Kinderwunsch immer erlebt habe, das ist ein wichtiger Punkt, mit bestehendem Kinderwunsch, für die ein Schwangerschaftsabbruch, egal aus welchem Grund, immer ein Drama war. Das wird nie mal eben so, sondern das ist eine schwerste Entscheidung und Krise und ich habe den Fall mit der Gaumenspalte noch nicht erlebt, ob dann wirklich der Punkt ist, dass man sagt, wenn es eine isolierte Gaumenspalte ist, dann machen wir lieber den Abbruch. Das mag es geben, aber das ist eben das Sagen die und wenn es zum Schwur kommt, wäre es wahrscheinlich eine andere Sache. Ich will eine ganz kleine Geschichte erzählen, die diese Schwierigkeit deutlich macht, die Ambivalenz. Zu mir kam mal eine Mutter, die war ungefähr 60 mit zwei Töchtern. Eine hatte ein Down-Syndrom und die andere keins. Und die Mutter war sehr besorgt, weil sie auf keinen Fall wollte, dass ihre nicht betroffene Tochter ein Kind mit Down-Syndrom kriegen sollte. Und dann im Rausgehen, da haben wir das diskutiert, es sind ja im Grunde gar keine greifbaren Risiken, Herr Doktor, tun Sie alles, dass das meiner Tochter nicht passiert. Gemeint war, dass die nicht betroffene Tochter kein Kind mit Down-Syndrom kriegen sollte. Und dann sieht sie dieses Kind mit Down-Syndrom in der gleichen Tür, nimmt es in den Arm und sagt, du bist ja doch unser Bestes. So, diese Ambivalenz, dieser einen Person, sie liebt ihr betroffenes Kind und deshalb aussortieren, selektieren und so weiter. Vorsicht, das ist, man muss sehr vorsichtig mit den Begrifflichkeiten sein. Und trotzdem die extrem große Sorge, wenn mein Kind, mein Schicksal, das ist natürlich Jahrzehnte später, eine andere Situation hat, das wäre schrecklich, was ich alles erlebt habe. Deshalb nochmal der Appell, das ist ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir haben. und nicht, und meine Frage wäre ja jetzt, wir reden über Pränatal, Pränatest und so weiter, wie ist denn die logische Konsequenz? Soll man ihn zugänglich machen oder nicht? Da habe ich keine Antwort drauf gehört. Wir müssen doch entscheiden, was wir tun. Wenn wir uns darüber aufregen, können wir es ja tun. Aber da müssen wir auch klar hier festlegen und sagen, ja, wir sind als Gesellschaft dafür, dass wir den Zugang beschränken. So, können wir das in dieser Zeit sozusagen, ich kann aus der Fingerbeere mit einem Blutstropfen den gleichen Test in Holland machen lassen. Ist das wirklich eine Option? Oder müssen wir uns diesen Möglichkeiten ganz anders stellen? Und das sagen wir als Gesellschaft für Romangenetik, da müssen wir aufrüsten, sozusagen den Umgang damit zu lehren. Aber nicht mit dem Zeigefinger, das ist alles ethisch verwerflich. Ich habe hier mit Präfekten der Glaubenskongregation diskutiert, da war alles, da war alles sittlich verwerflich, IVF, Pille und so weiter, sozusagen die reinste Lehre. Ja, wie diskutieren wir denn in dieser Gesellschaft? Eben habe ich mal gehört, wir müssen uns mit den Wirklichkeiten auseinandersetzen. Da müssen wir das auch tun, auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn wir eine Entwicklung befürchten, die uns mit Sorge erfasst. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Wie die Zahlen dann wirklich runtergehen, das müssen wir noch mal diskutieren. Das wird immer überhaupt nicht. Kein Kind mit Down-Syndrom. Dann hieß es, alle Frauen müssten dann Präner-Test und alle müssten Abbruch machen. Das ist ja abwegig. Im Übrigen, durch die älter werdende Bevölkerung und die Schwangere, die älter werden, hätten wir einen Zuwachs von 70 Prozent mehr Kinder mit Down-Syndrom in dieser Gesellschaft. So, und durch die Pränataldiagnostik ist sozusagen nicht nur in diesem Land, in anderen Ländern auch, der Netto-Effekt sozusagen viel kleiner. Aber das ist eine immense Herausforderung. Nur ich sehe nicht, wie wir sie jetzt hier moralisch mit Zeigefinger lösen wollen. Nein, wir müssen den Zugang, letztlich, den können wir nicht verhindern, aber wir müssen den Umgang damit leeren und müssen als Gesellschaft viel mehr uns ins Zeug legen, sozusagen die Abwägung dann für das Kind leichter zu machen. Bevor ich jetzt Frau Rüffer noch mal Gelegenheit gebe, ganz kurz, sie hat sich gemeldet und Frau Braun noch mal eine Frage stelle, würde ich dann nachher hier beenden und die Diskussion ins Podium geben, Frau Rüffer. Also schon wieder ein Punkt, der mir nicht gefällt. Sie sagen so, durch den demografischen Wandel und so weiter, 70 Prozent mehr Kinder mit Down-Syndrom und das ist eine ganz schwierige Aufgabe und so weiter. Damit sagen Sie wieder, wir haben hier ein Problem. Also wir stilisieren... Ich stelle ein Faktum fest. Sie sagen, dann haben wir ein Problem, dem würde ich widersprechen. Ich sehe nicht, warum wir da ein Problem haben, dann würde ich gerne von Ihnen hören, wo liegt denn hier das Problem. Die zweite Frage ist, Sie wollten von mir wissen, was ist denn hier mit dem Pränertest? Soll der eingeführt werden? Wem soll der zugänglich gemacht werden? Um es mal ganz deutlich zu sagen, wir haben keine Grundlage im Moment, das zu entscheiden und es gibt Rahmenbedingungen, die man mit betrachten müsste, wenn man entscheidet, diesen Test einzuführen. Sie sagen, es braucht Beratung, die gibt es aber nicht. Die gibt es schon jetzt nicht. In den bestehenden Fällen, wo Fruchtwasseruntersuchungen gemacht werden, werden die Frauen alleine gelassen mit der Entscheidung, es gibt einen Automatismus und da muss man doch ansetzen. Man kann doch jetzt den Weg nicht weitergehen, ohne zu erklären, wie machen wir denn Beratung? Was heißt denn Aufklärung? Es gibt eine Zulassungsbegrenzung für Humangenetiker. So, und das sind Fragen, die kann man beantworten. Da fehlt aber der politische Wille, das zu tun und sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Das erwarte ich aber von Politik, wenn sie weitgehende Entscheidungen trifft. Und dann ein Punkt, Sie sagen, das ist Jahrzehnte her, da kam eine Mutter mit einem Kind mit Down-Syndrom, ja, was hat das denn bedeutet vor Jahrzehnten? Also wir müssen uns mal ganz klar machen, wir haben heute die erste Generation von Menschen mit Behinderung, die tatsächlich alt werden. Der Grund dafür ist, dass die anderen vergast wurden in Deutschland. So, und dieses Kind, von dem Sie reden, das dann wahrscheinlich älter war, ja, und diese Mutter hat dieses Kind in einer Zeit bekommen, wo die Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung immens waren. Ich glaube, das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Es gab mal in den 70er Jahren eine Serie der Lebenshilfe, die damals übrigens sehr progressiv gewesen ist, Unser Walter. Da wird beschrieben, was es zu diesem Zeitpunkt in den 70er Jahren bedeutet hat, mit einem Kind mit Down-Syndrom zu leben. Also da ist sozusagen, wenn Sie reden, mit Schuldgefühlen und so weiter, da war wirklich Stigmatisierung angesagt. Das hat aber mit der Situation, in der wir heute leben, gar nichts mehr zu tun. Und Sie tragen da Vorurteile weiter und Sie vermitteln ein Bild, das gesellschaftlich heute nicht mehr angemessen ist. Mit Vorurteilen. Ich berate doch diese Familien jeden Tag und erlebe das. Sie können mir doch nicht, Sie können mir doch jetzt nicht sagen, das sind uralt Vorurteile, die ich hier wiedergebe. Kommen Sie mal, sitzen den Eltern gegenüber, die das dann Ihnen schildern. Lesen Sie Zeit online. Da geht es nämlich jetzt genau darum. Da werden Sie hier und jetzt die Berichte über die Situation leben. Das müssen Sie doch zur Kenntnis nehmen. Wir wollen freundlich miteinander hierbleiben, glaube ich. Auch wenn es in der Sache hart zu Gange geht. Ich habe, also was mir vorhin noch eingefallen ist, Frau Rüffer, ich weiß nicht, ob es die Frauen in den 70er und 80er Jahren leichter gehabt haben. Das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion, würde ich glaube ich sagen. Da würde ich gerne nochmal eine Frage an Frau Braun geben. Meine Mutter hat 1964 das letzte Kind bekommen. Da war sie 42 Jahre alt und man wusste damals schon, dass es schwierig werden könnte. Das wusste man. Aber man hatte noch keine Tests, man hatte noch keine Untersuchungsmöglichkeiten und so weiter. Meine Mutter hätte das Kind, egal wie es gewesen wäre, natürlich angenommen, was wäre ihr auch übrig geblieben, denn es gab auch kein Abtreibungsrecht in dieser Zeit. Es war Schicksal. Die jüngeren Frauen, Frau Braun, haben diese Schicksalshaftigkeit nicht mehr. Das ist einfach verloren gegangen. Und ich würde abschließend vielleicht nochmal ganz gern von Ihnen wissen, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn wir die Machbarkeit, gerade in Bezug auf Reproduktion, weiter treiben, wie wir sie jetzt im Moment erleben? Ja, das weiß ich natürlich so auch nicht. Also Prophezeiungen mache ich auch nicht so gerne. Also ich, was es schon auch gibt, ist ein gewisser, ein gewisses Maßen Gegentrend, allerdings eher bei Frauen, die älter sind. Also bei Schwangeren, die so Mitte 30 sind oder älter, kommt es schon relativ häufig vor, dass sie sagen, muss ich das alles wissen? Abtreiben will ich sowieso nicht. Ich möchte jetzt einfach die Schwangerschaft so auf mich zukommen lassen. Und das ist doch eigentlich was Schönes. Und da will ich jetzt nicht immer mit irgendwelchen Sorgen und Ängsten und Möglichkeiten konfrontiert werden und machen halt keine Amniozenthese und keine Nackenfaltenmessung und diese Dinge alle nicht. Worum sie natürlich trotzdem nicht drum rumkommen, ist die Entscheidung, ob sie es machen wollen oder nicht. Ja, also das dahinter können wir nicht mehr zurück. Wir können nicht entscheiden, dass wir nicht entscheiden wollen. Also das geht nicht mehr. Von daher ist eine gewisse, na sage ich mal, Unbefangenheit, die vielleicht in den 60er Jahren dann noch möglich war, einfach nicht mehr möglich. Also man muss jetzt schon sagen, ich lasse es auf mich zukommen und dann werde ich halt mit fertig, wenn es soweit ist. Dafür braucht man auch einen Partner im Übrigen, der das mitträgt. Das sind ja nicht nur die Frauen, um die es hier geht, sondern auch die Männer, die halt signalisieren, klar, trage ich das mit und natürlich, und wenn das Kind irgendwie krank ist oder eine Behinderung hat, werden wir schon mit fertig. dass, wenn man den Partner nicht hat, dann ist man in einer anderen Situation. Das ist schon klar. Und man ist immer in diesem Begründungszusammenhang zu sein. Ja, genau. Und man ist in dem Begründungszusammenhang auch erklären zu müssen, ich habe diese ganzen Testmöglichkeiten nicht wahrgenommen. Ja, das ist nicht mehr Schicksal, sondern das ist dann eine Entscheidung gewesen. Also ich kenne viele Frauen jetzt in meinem Umfeld, die sagen das so, die sind schwanger mit Mitte 30 oder Ende 30 Ja, aber wie gesagt, sie müssen es halt manchmal erklären. Aber das andere, was ich noch sagen wollte, ist, Herr Bergmann hatte das vorhin angesprochen, im Zusammenhang mit dem Thema IVF, in dem Moment, wo die Möglichkeit da ist und auch darüber sehr viel geredet wird und vielleicht auch berichtet wird in den Medien, entsteht so ein gewisser Sog. Das ist das, was die Sarah Franklin herausgefunden hat, es auch wahrnehmen zu müssen, wenn man denn ein Kind will. Und wenn man gleichzeitig, gibt es die Entwicklung, da würde ich Frau Diel recht geben, es ist schwieriger geworden, glaube ich, zu sagen, ich will gar keine Kinder. Ich glaube, das ist schwieriger geworden in der Gesellschaft. Also ich habe den Eindruck, die Norm ist schon größer geworden, Kinderwunsch ist was Gutes, etwas moralisch Wertvolles und je dringlicher der ist, desto vereinfacht gesagt, besserer Mensch ist man eigentlich. Und man ist eigentlich kein wirklich guter Mensch, wenn man sagt, ich habe diesen Wunsch, ich weiß gar nicht, wovon er spricht. Oder ich habe ihn halt, aber es ist mir nicht so wichtig wie andere Dinge. Also da ist die, da hat sich, glaube ich, was verändert. Und es wird auch dann sehr viel stärker akzeptiert, dass dieser Wunsch so stark ist und so dringlich und ich habe mein Leben lang nichts anderes gewollt, es ist mein Selbstbild, ich will mich verwirklichen und so weiter, dass dann auch akzeptiert wird, dass man zum Beispiel ins Ausland geht und da bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nimmt, die in Deutschland nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel Eizellspende oder auch Leihmutterschaft. Also es ist heute nicht mehr, nur die EVF, glaube ich, die diesen, also die auch als Erwartung rüberkommen kann, hast du das denn mal versucht, warum hast du es nicht versucht, wenn du es nicht versucht hast, dann scheint es ja so wichtig nicht zu sein, sondern inzwischen schon auch, ja, also man tut alles für ein Kind. Und das ist, wenn man das so im Mediendiskurs in den USA sich mal anguckt, da ist es noch viel greifbarer oder auch in Skandinavien, da gibt es auch Untersuchungen drüber, dass viele Frauen, die gefragt werden, warum sie jetzt zum Beispiel eine Eizellspende in Tschechien oder woanders oder in Russland in Anspruch genommen haben, sagen, ja, ich wollte nichts und versucht lassen, ich würde alles tun, ich würde alles tun, ich würde auch auf den Schwarzmarkt gehen, ich würde auch Dinge tun, die ich moralisch eigentlich selber gar nicht so ganz koscher finde, aber um eben zu demonstrieren, ja, dass ich alles versucht habe und dass dieser Wunsch so stark ist. Und ich denke, da ist gleichzeitig, ist ja witzigerweise, oder auch nicht so witzigerweise, Deutschland das Land mit der, ich glaube, niedrigsten Geburtenrate der Welt inzwischen oder so, und irgendwas passt da nicht zusammen. Es sei denn, es ist so, dass die Geburtenraten vielleicht auch deswegen so niedrig sind, weil die Erwartung so groß ist, weil die Angst vielleicht so groß ist, scheitern zu können als Mutter oder als Vater, den Ansprüchen nicht zu genügen, ein Kind zu haben, was in der Leistungsgesellschaft nicht bestehen kann, was vielleicht hinterherhängt in der Schule. Also vielleicht ist die, ja, der Druck schon so groß, dass wir dann doch eher, oder wir nicht mehr, ich nicht mehr, aber viele Frauen eher sagen, dann, das schaffe ich nicht und ich lasse die Zeit verstreichen und irgendwann klappt es dann nicht mehr. Also ich meine halt, also je größer dieser Druck wird, desto mehr, glaube ich, passieren auch, schleichen sich Praktiken ein, die doch sehr problematisch sind und auch selbst diejenigen, die sie in Anspruch nehmen, nicht unbedingt wirklich immer so für richtig halten. Vielen Dank. Wir sind zu vielen Aspekten jetzt gar nicht gekommen, aber ich möchte jetzt hier einen Break machen und Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen ans Podium zu stellen oder Beiträge, je nachdem, was Sie gerne, was Sie machen möchten. Ich weiß nicht, ich denke, es gibt ein Saalmikrofon. Hier ist eine Meldung, da hinten, da auch. Ja, hallo, vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich habe jetzt eigentlich keine, doch, ich habe eigentlich eine Frage, aber vielmehr eine Anmerkung, einen Kommentar, und zwar wird immer wieder von diesem gesellschaftlichen Druck gesprochen. Ich frage mich halt, was dieser gesellschaftliche Druck tatsächlich ist. Also ist das irgendeine Person? Also sind das wir, die hier im Raum sitzen? Ich habe immer das Gefühl, in dieser Diskussion wird einem das Denken so ein bisschen abgenommen. Oder man meint, derjenige, der jetzt sich für so einen Test entscheidet, dem müsste jetzt das Denken abgenommen werden. Aber ich glaube doch, dass wir doch durchaus in der Lage sind, selber Entscheidungen zu treffen. Und ich fände, wenn die Wissenschaft uns solche Möglichkeiten zur Verfügung stellt, dann sollte doch auch jeder selber entscheiden können, ob er die Möglichkeiten wahrnimmt. Aber ich glaube, trotz alledem ist es wichtig, dass man der Wissenschaft auch gewisse Grenzen aufsetzt. Weil ich glaube, man darf wissenschaftliche Erkenntnisse und deren Anwendung nicht voneinander trennen. Also ethisch zumindest nicht, weil es sonst auch zu gewissen Missbräuchen kommt, wie zum Beispiel auch bei der Präimplantationsdiagnostik, die ja durchaus auch gewisse Möglichkeiten schafft, die, finde ich, nicht sehr lobenswert sind. Aber nichtsdestotrotz, das ist vielleicht so, nochmal um das so aufs Podium zurückzuwerfen, dieser gesellschaftliche Druck so ein bisschen. Ich würde ein bisschen sammeln, der Herr hier. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil gleich zwei Männer hintereinander fragen. Vielleicht sind wir diejenigen, die als erstes sich zu Wort melden. Ich habe zwei Punkte. Frau Rüffner, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich finde es auch gut, dass Sie die ethische Frage in dem Zusammenhang mit dem Präner-Test in den Raum stellen. Zugleich ist mir das sehr nachvollziehbar, was Sie mit dem Votum für den Präner-Test eingebracht haben, zu sagen, nicht die Technologie ist das eigentliche Problem, sondern tatsächlich die Frage, ob wir in der Gesellschaft einen Rahmen schaffen, in dem wir diese Frage tatsächlich beantworten können. Und da finde ich den Hinweis, den Sie gebracht haben, ich muss Ihnen zählen, aber Ihr Name nicht, Teres, wichtig, nochmal den Blick auf die Zahlen, 106.000 Menschen, die sich entscheiden, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen und die sich die Entscheidung nicht einfach machen, werden sicherlich ein Zeichen dafür sein, dass auch nach dem Präner-Test sich die Menschen, die von dem Ergebnis betroffen sind, die Entscheidung auch nicht einfach machen. Und vielmehr ist die Frage, was können wir dafür tun, dass die Menschen, die dann vor so einer Entscheidung stehen, diese Entscheidung, wenn Sie sagen für, jedenfalls eine Entscheidung so treffen, dass es für unsere Gesellschaft gut ist und dass es für die individuellen Personen gut ist. In dem Zusammenhang bin ich ein wenig irritiert, ich bin Dienstvorgesetzter für viele Menschen, wieso wir über eine Menge an so speziellen Problemen reden, aber die eigentliche Benachteiligung der Mütter, wenn sie denn nach ihrer Mutterschaft wieder in den Beruf kommen, überhaupt nicht thematisieren. Das ist das Standardproblem, die Masse der Menschen, mit denen ich in meiner beruflichen Zeit zu tun hatte, waren Mütter, die nach vier, fünf Jahren in den Beruf kamen und die standen hinten an. Und bislang gibt es kein wirkliches Konzept, wie diese Mütter gleichwertig in den Beruf zurückkehren. Ich glaube, hier hinten und dann Sie? Ich glaube, hier hinten war auch irgendjemand, oder? Wenn Sie Fragen haben, dann sagen Sie doch bitte dazu, an wen die Frage geht, wenn sie nicht allgemeiner Natur ist. Sie haben ja auch Kommentare erlaubt, also direkt eine Frage ist es nicht. Ich möchte mich gerne vorstellen, ich bin Christine Schirmer, ich arbeite seit 15 Jahren bei Pro Familia, bin dort auch Mitglied und Pro Familia steht dafür, sich stark einzusetzen für das sexuelle und reproduktive Selbstbestimmungsrecht der Frau. Da stehe ich 100% dahinter. Nun bin ich seit neun Jahren auch Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom. Die Trisomie 21 wurde vorgeburtlich diagnostiziert durch Amniozenthese. Und Sie können sich vorstellen, ich bin mit diesem Thema des Präna-Tests befasst, seit er zum ersten Mal beworben wurde, überhaupt darüber geschrieben wurde. Ich möchte vor allem zwei Dinge benennen. Ich möchte mal Ihnen ein kurzes Zitat mitteilen. Der Matthias Vernaldi ist ein schwerbehinderter Mann in unseren gängigen Klischees. Schwerbehindert sitzt im Rollstuhl, kann sich kaum bewegen, Muskelschwäche. Er war an der Urania gerade bei der Verleihung des Peter-Singer-Preises bei der Demonstration gegen diese Verleihung und sagte, ich hatte die Gnade der späten, aber nicht allzu späten Geburt. Und das hat mich sehr berührt. Diese vorgeburtliche Selektion ist eine Selektion, das können wir nicht anders benennen, das ist so. Gleichzeitig denke ich aber, dass unser Leben als Mütter von Kindern mit Behinderung wie zum Beispiel das Down-Syndrom schwierig ist. Das sehen unsere Freundinnen, unsere Nachbarinnen, unsere Schwestern und die fragen sich natürlich, will ich denn so ein Leben? Da kann ich hundertmal sagen, ich bin so glücklich mit meinem Kind, das ist so großartig. Das Beste, was mir passieren konnte, viel besser als noch ein Leistungsträger, noch ein Nobelpreisträger. Nein, der bringt mich doch zurück auf den Boden der Tatsachen und zeigt mir, worum es im Leben wirklich geht. Das aber lässt sich den Frauen, die eine Schwangerschaft planen oder gerade schwanger sind, überhaupt nicht vermitteln. Die sehen ja nur, diese Frau kriegt das ja kaum vereint hier, Erwerbsarbeit, Familienarbeit, dann hat sie noch einen Partner, wie geht denn das alles? Also das ist das Problem, dass wir tatsächlich in der Situation sind, wo dieser Präna-Test, ich finde es wirklich furchtbar, weil von der einen Seite muss ich sagen, großartig, ich hätte vor neun Jahren den gemacht, ich hätte den auf alle Fälle der Amnozenthese vorgezogen, aber was jetzt passieren wird, ist, dass wir noch viel mehr den Druck kriegen, warum hast du denn so ein Kind? Wäre das nicht zu vermeiden gewesen? Wenn mein Kind spazieren geht und die Leute es anschauen und sich denken, na was bist denn du für ein Unglücksfall, das ist für ihn nicht schön, das ist für mich nicht schön und ich finde, da darf es nicht hingehen. Ich habe Angst und ich in der Schwangerenberatung, wenn ich die Frauen verabschiede, die kommen zu mir, die kriegen gesagt, was sie zu erwarten haben für staatliche Leistungen, gerade die Frauen, die sich entschieden haben, schwanger zu bleiben, freuen sich dann immer, dass es Elterngeld gibt und so. Die sagen am Ende immer, wenn ich frage, was wird es denn, Mädchen oder Junge, dann sagen die, Hauptsache gesund und ich kann das verstehen. Aber was ich ihnen aber jetzt damit sagen will, ist, dass all diese Frauen und Paare in der Schwangerschaft antizipieren, dass es sein könnte, dass das Kind nicht gesund ist und wenn das in Zukunft wegfällt, weil ich schon in der 12. Woche erfahre, das wird kein Down-Syndrom haben und auch keine andere Trisomie und wird bestimmt ganz gesund, dann wird es unsere Gesellschaft entsolidarisieren und davor habe ich große Angst, weil die das bisschen Solidarität, das ich nur spüre, wenn ich mit meinem behinderten Kind durch die Straße gehe, das brauche ich, das ist lebensnotwendig, das ist ganz dringend oder bin ich froh, dass wir das wenigstens noch haben und ich gebe ihnen recht, in wenigen gebe ich ihnen recht, Herr Zerres, aber in dem schon, dass ich denke, da muss die Gesellschaft noch kräftig daran arbeiten, dass behinderte Kinder angesehen würden, wirklich als etwas, was uns in unserer Vielfalt als Gesellschaft bereichert und zwar wirklich bereichert und nicht nur das Leben einer Mutter ein bisschen anstrengender macht. Habe ich sonst jemand übersehen? Ja, Barbara Unmüßig, Vorstand Heinrich Böll Stiftung. Ich hätte schon das Bedürfnis, dass wir nochmal darüber reden, bei all den Abwägungen, um die es geht, wo kann denn tatsächlich so etwas wie eine Grenzziehung gemacht werden? Ich finde wirklich, dass sich alle da rumdrücken. Wir benennen die Phänomene, wir benennen die Probleme, wir benennen die Abwägungsebenen, die berücksichtigt werden, die ethischen Dimensionen. Ich finde das richtig, dass Herr Zerres gefragt hat, ja, was heißt das denn dann in der Konsequenz? Heißt es denn in der Konsequenz, dass wir pränatale Diagnostik, wenn sie angeboten wird, auf unterschiedlichen Ebenen, dann auch wirklich sagen, bis dahin und ich weiter oder was ist zugelassen, was ist nicht zugelassen? Also wer Amniozyntese zugelassen hat, der muss dann sicher fragen, warum dann nicht dieser Test? Also ich bin darüber jetzt noch nicht schlauer geworden, was an dem einen besser und an dem anderen schlechter ist. Und das Zweite ist, das ist mir jetzt zu kurz gekommen in der Diskussion, also auch natürlich habe ich mich wie alle hier im Raum gefragt, hallo, ist es wirklich möglich, dass eine 65-jährige Vierlinge bekommt? Ich sitze da und habe keine Antwort da drauf. Ich habe keine Antwort da drauf, ist das jetzt Selbstbestimmungsrecht? Weil diese Frau eben noch mal nach dem 13., ein 14., ein 15., ein 16. Ich habe mich befragt, wie gehe ich jetzt eigentlich mit diesem Konflikt um? Verurteile ich den, verurteile ich ihn nicht? Finde ich es unmöglich? Dann lese ich, dass sie zehn Krankenschwestern im Krankenhaus sich um diese vier Kinder kümmern müssen. Ich bin verwirrt und ich bin auch verunsichert, weil ich nämlich genau keine Antwort da drauf habe, soll man das eigentlich zulassen oder soll man es nicht zulassen, dass eine 65-Jährige ihren Wunsch, ich möchte noch mal schwanger werden, erfüllen möchte. Ist das jetzt Selbstbestimmungsrecht oder was ist es? Bitte. Also ich habe wirklich Interesse, darüber zu diskutieren, wie man damit umgeht, weil ich da eine moralische und ethische Fragen habe, von denen ich nicht weiß, wie ich sie beantworten soll. Und das Dritte, wo ich mich nach Grenzen frage, ist, gehört zum Selbstbestimmungsrecht, dass mein Kinderwunsch unbedingt erfüllt werden muss und ich zu absolut ausbeuterischen Bedingungen Leihmütter in Anspruch nehme? Was ist das denn? Kann man darüber reden, ob man das verbietet vielleicht? Also ich hätte gerne auch ein paar politische Antworten da drauf, wo man eigentlich Grenzen ziehen muss, wo mir völlig klar ist, dass es ethische Abwägungen sind, die mit Selbstbestimmungs- und Freiheitsrechten auf der einen Seite zu tun haben, aber Selbstbestimmung für die eine kann auch Freiheitsbeschränkung oder Ausbeutung für die andere bedeuten. Und wo, bitte schön, ziehen wir da Grenzen? Das treibt mich um und ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Antwort oder auch nicht. Mein Name ist Thomas Lennert, ich bin ehemaliger Kinderarzt, jetzt im Ruhestand. Ich möchte auf eine Bemerkung von Frau Rüffer eingehen, die sie möglicherweise so im Eifer des Gefechts gesprochen hat, weil ich mir gar nicht ganz vorstellen kann, dass sie das wirklich glaubt. Sie hat den Satz gesagt, es gibt ja keine Beratung. Und das ist für mich ziemlich erschreckend gewesen. Ich kann mir nicht verkneifen, in diesem Teil der Stadt, ich bin Westberliner, aber in diesem Teil der Stadt mich zu erinnern, dass wir kurz nach der Wende hier eine, oder kurz nachdem die Mauer offen war, war noch keine richtige Wende, haben wir hier eine gemeinsame Konferenz gehabt mit den Kinderärzten der Charité und da wurde zu unserem Schrecken noch uns berichtet, dass sie eine gute pränatale Diagnostik machen und dann wissen genau die Ärzte, da sagen wir den Frauen, das müsst ihr machen und bei denen sagen wir, das müsst ihr abtreiben und da sagen wir, das kann man operieren. Das hat uns damals schon erschreckt, weil wir in der Diskussion wirklich schon weiter waren und Herr Zerres wird das bestätigen. Es ist seit vielen Jahren Konsens, dass es eine direktive Beratung nicht geben darf durch Humangenetiker oder auch Ärzte. Das heißt, man muss den Leuten die Informationen geben, aber es darf auf keinen Fall eine Beratung erfolgen, du musst jetzt abtreiben oder du musst das machen oder wir empfehlen das oder wenn wir wären, dann würden wir das machen. Das ist heute verpönt und wer dagegen verstößt, kriegt möglicherweise sogar berufsrechtliche Komplikationen. Also das ist ganz wichtig, dass eine Beratung von der Sache her erforderlich ist und sinnvoll ist, aber sie darf in keiner Weise die Entscheidung der Betroffenen vorwegnehmen. Ich glaube, das ist heute Konsens. Ich habe heute das Schicksal, Barbara, dass mir meine Fragen immer vorweggenommen werden. Das war meine Abschlussfrage mit der Frau, die mit 65 noch mal ein Kind bekommt. Aber danke, dass du es vorweggenommen hast. Vielleicht könnten wir einfach noch mal eine Runde hier machen zu den Fragen, die jetzt hier aufgeworfen sind. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Herr Zers? Ja, die 65-Jährige. Also die ist mir noch nicht wirklich begegnet in der Beratung. Ich habe da auch keine dezidiertere Meinung als jeder andere. vom Gefühl würde ich sagen, eine 65-jährige Mutter mit vier Säuglingen, da kommt irgendwann ein Problem, das ich kaum sozusagen in der Dimension abschätzen würde. Ob das jetzt für Regelungen reicht? Sie haben nach Gesetzchen-Dingungen gefragt, das ist hier verboten. klar. Ja, natürlich. So, das ist ja unser Problem. Ich bin ja in Aachen, Maastricht ist das Zentrum für Präimplantationsdiagnostik, 20 Kilometer. Und da wird es natürlich gemacht. Das ist ein bisschen ein Problem, sozusagen, in Europa. Ob es da Lösungen gibt, da fehlt mir auch die Fantasie. Und die Frage, die Sie dann eben noch gestellt haben, die ich auch gestellt habe, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen tatsächlich sehr viel konkreter uns positionieren, wie gehen wir mit diesen Angeboten um. Ich glaube, das ist eine Entwicklung einer sich weiter entwickelnden Wissensgesellschaft mit ganz neuen Herausforderungen, die sehr viel schneller beantwortet werden müssen, als das früher der Fall war. Das überschlägt sich alles. Das gilt aber nicht nur für diesen Bereich, eben der Pränatalmedizin, wenn Sie so wollen, das gilt für alle anderen auch. Das ist anstrengend und die Politik kriegt ein Tempo vorgegeben, dass sie auch nicht richtig erfüllen kann, ob der gemeinsame Bundesausschuss, der jetzt entscheiden muss, ob es eine Kassenleistung ist, da sehr viel klüger ist, der hat den Ethikrat gefragt, der Ethikrat sagt, ich bin nicht so, wir sind nicht zuständig für diese Entscheidung. Ja, das muss dann alles komplett auf dem Prüfstand, aber Sie haben es sehr gut gesagt, das sind natürlich Entscheidungen autonomer Menschen, da können wir nicht beliebig im Vorfeld Festlegungen treffen, von denen wir vorher wissen, dass sie gar nicht durchsetzbar sind und in dem grenzenlosen Europa, solange es das noch gibt, ist das eben auch möglich, ob uns das gefällt oder nicht. Ich muss sagen, ich persönlich, mir ist diese Frage, wie das jetzt rechtlich gehandhabt wird, gar nicht so wichtig, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass Leute auf Lebensumstände reagieren und wenn die Lebensumstände eben sagen, dass sie so und so, wenn ihnen auch suggeriert wird, sie können auf eine bestimmte Art und Weise nicht leben oder sie müssen das und das herstellen, weil sie das brauchen für ihre Sinnsuche oder was sie tragen können im Leben und so weiter, dann werden sie Wege finden, das zu tun, was sie glauben, herstellen zu wollen oder müssen. Und deswegen, dann gehen sie eben, dann machen sie eben Dinge, die sind illegal, dann machen sie eben Dinge, die in anderen Ländern, deswegen ist es für mich persönlich gar nicht so, dass das Dringlichste ist wirklich festzustellen, was machen wir rechtlich. Für mich ist es wirklich eher diese Verschiebung der Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, dass wir das eben mittragen wollen, dass wir eben selber diese Entscheidung treffen, dass wir eben, wie wir das schon oft gesagt haben, eben solidarisch zusammenleben können und wollen, aber vor allem auch können. Also das sind eben diese Rahmenbedingungen, die ich halt extrem wichtig finde, dass man dabei bleibt. Und ich wollte noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ach so, genau. Und ich bei dieser Frau, die jetzt diese Fehlinge bekommen hat, ich weiß, also ich bin da auch nicht so ein Fan von, wenn man dann sozusagen diese extremen Beispiele dann einmal nimmt und dann irgendetwas zu diskreditieren oder zu befürworten. Okay. Weil ich meine, aber das wird ja immer gerne so als Monstrosität dann sozusagen, aber nichtsdestotrotz, das ist ja trotzdem eine wichtige Frage, weil wir stehen ja alle davor und denken, wir wüssten ja gar nicht mehr, wie wir das moralisch bewerten können, in der Tat. Also wir haben da ja alle Probleme mit, aber darum sitzen wir ja auch hier. Genau. Punkt, genau. Ja, Monstrosität finde ich ein gutes Stichwort. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht so aufgeregt über die 65-Jährigen mit Eizellspende, aber weil es, ja gut, okay. Das ist jetzt. Also ich habe jetzt nicht Sie speziell gemeint, aber der mediale Diskurs. Also wenn es um Eizellspende ging, waren immer diese Fälle, die seit 2005 immer in irgendeinem Land auftreten. Ich sage mal, warum, für mich macht das eigentlich eher so offen, um was es da halt auch immer bei geht. Also immer dann, wenn eben Verwandtschaft nicht quasi natürlich, also nicht durch heterosexuellen Geschlechtsverkehr hergestellt wird, dann ist immer, dann ist immer der Legitimationszwang da. Also das ist das Problem von künstlicher Befruchtung, das ist aber auch das Problem von homosexueller Partnerschaft etc. Also das wäre natürlich auch noch ein Punkt mit der ganzen Leihmutterschaftssage. Wir haben hier nicht über zum Beispiel über schwule Partnerschaften geredet, die ein Kind haben wollen. Also diese Ambivalenz könnten wir auch in die Diskussion reinbringen. Nicht, dass ich jetzt hier pro Leihmutterschaft reden will, aber ich finde, wir sollten diese Ambivalenzen irgendwie mitdenken und ich dachte vorhin, Frau Braun, was Sie gesagt haben, mit der Gesamkeit, gesellschaftlichen Anrufung, ich bin mir da auch sehr unsicher. Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, ja, sie kann irgendwie, auf der anderen Seite denke ich bei den Geburtsraten in Europa, die ja außer in Irland und in Frankreich, und das ist ja in Frankreich auch relativ bezeichnend hoch sind, aber in allen anderen Ländern eben nicht. Was ich mich dann aber auch gefragt habe, es ist auch immer so ein Gender Gap da drin. Ich glaube, die Anrufung ist nach wie vor auch größer für Frauen. Also ich bin zum Beispiel als Mann nie gefragt worden, ob ich ein Kind haben will. Wenn ich eins hatte, dann wurde ich schnell gefragt, wenn ich ein zweites haben will. Also zur Frage des Rechts und der Grenzziehung, das stimmt, wir haben uns da ein bisschen drum herum gedrückt, aber ich finde es auch andererseits schwierig, von vornherein sich darauf zu fokussieren, diese Grenze unbedingt ziehen zu müssen, weil viele Dinge kann man, glaube ich, mit den Mitteln des Rechts und in dieser Weise bis hier und nicht weiter nur sehr begrenzt oder sehr schwer beantworten. und ich glaube, diese Problematik des Präner-Tests ist eine davon. Was diese Vierlinge angeht, ist es ja so, in Deutschland dürften ja gar nicht vier Embryonen übertragen werden, ob jetzt mit eigenen Eizellen oder mit fremden Eizellen. Und in vielen anderen Ländern ist man ja auch dazu übergegangen, inzwischen tatsächlich bei IVF nur noch ein Embryo zu übertragen und nicht mal mehr zwei, obwohl dann die Chance vielleicht höher ist, dass einer überlebt, aber weil bei Mehrlingsschwangerschaften immer die Gefahr für die Kinder so groß ist. Also, dass sie zu früh geboren werden und dann doch irgendwie gesundheitlich ganz große Probleme haben. Und also ob 65 oder nicht 65, denke ich, da wäre eine ganz klare Grenze, wo man wirklich sagen müsste, im Interesse der Kinder, das ist eigentlich, finde ich, Körperverletzung mindestens, was da passiert ist, den Kindern gegenüber. Müsste man eigentlich sagen, also nicht mehr als einen, also um die Situation nicht zu schaffen. Und wenn das in anderen Ländern anders gemacht wird, finde ich, ist das kein Argument. Das kann kein Argument sein dafür, wie hier irgendwie die Bundesrepublik sich entscheidet. Ja, ja, klar, aber ich meine nur grundsätzlich. Also zu sagen, dann fahren die halt nach Holland oder nach in die Ukraine oder so. kann kein Argument sein. Und sonst noch mal zum Brennertest und der Frage, wie gehen wir damit um? Es ist ja nicht nur die Frage, was lassen wir zu und was nicht, sondern auch, will die Gesellschaft eben die Kosten übernehmen, will sie das fördern? Und auch da würde ich sagen, die Tatsache, dass man es bei Amniozyntese übernommen hat, kann noch nicht präjudizieren, dass man dann unbedingt alles andere auch übernimmt. Sondern entweder man kann darüber nachdenken, ob man bei Amniozyntese auch wieder sagt, wir wollen, dass es die Ausnahme bleibt und nicht die Regel und gucken, wie wir da hinkommen. Und zum anderen ist der Brennertest nochmal, hat er eine andere Problematik, weil da in naher Zukunft sehr viel mehr Dinge getestet werden können als jetzt. Und da denke ich, sollte man schon, also meine Haltung dazu wäre, nicht unbedingt verbieten gleich oder mit Verbot kommen, aber auch nicht mit öffentlichen Mitteln unterstützen, auch nicht die Forschung mit öffentlichen Mitteln unterstützen. Also eine Technologie, die unterm Strich nur dazu dient, die Geburt von bestimmten Menschen zu verhindern, finde ich, sollte nicht mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden. Und dann denke ich, in der ganzen Art und Weise, wie über diese Möglichkeiten informiert wird, Stichwort Beratung, klar, wir haben jetzt eine Beratung, da wird ganz viel informiert, da wird ganz viel Faktenwissen rübergebracht, aber ein realistisches Wissen darüber, was das Leben mit einem Kind bedeutet, was sagen wir mal Törner-Syndrom hat oder was anderes, ist was anderes. Und da müsste man sich mindestens Gedanken drüber machen, wie wirklich so ein realistisches Bild rübergebracht wird, wie man auch Menschen mit Behinderungen, um die es geht, die Behinderung, um die es geht, einbeziehen kann in die Diskussion. Solche Diskussionen wie hier, könnte man ja auch überlegen, damit nicht immer nur über jemanden mit Down-Syndrom als ein Problem gesprochen wird, sondern dann ist das eben auch ein Mädchen oder ein Junge, ein Mann oder eine Frau, alt oder jung und ist nicht nur reduziert auf dieses eine Merkmal, diese eine Qualität. Also ich denke, da müsste und auch in der Art und Weise, wie auch in der Werbung und Ähnliches und von den Herstellern dieser Test vermarktet wird, müsste so ein realistisches, auch individuelles Bild von Menschen mit Behinderung viel stärker auftauchen und nicht nur eine Wahrscheinlichkeit. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Ratlosigkeit ist da schon. Das ist jetzt vielleicht nicht schön, damit zu enden, aber so ist es. Ja, also daran kann ich ziemlich gut anschließen. Also ich glaube, es gibt bestimmte Fragen, wie ja gerade in der Diskussion ganz aktuell um die Suizidbeihilfe, wo man eben nicht sagen kann, dass man einfach so aus dem Ärmel schüttelnd irgendwie klare Grenzen ziehen könnte. Und viele der Fragen, die Sie gestellt haben, sind ja rechtlich auch beantwortet, zumindest in der Bundesrepublik. Und was jetzt ansteht, ist tatsächlich die Frage der Einführung dieses Pränatestes. Und da haben wir doch die Möglichkeit und ich finde, wir haben die Verpflichtung dazu, über diese Frage wirklich in aller Gründlichkeit nachzudenken und zu entscheiden. Und also ich rate allen vielleicht mal die kleine Anfrage zu lesen, die wir da eingebracht haben, die wirklich, glaube ich, auch ziemlich fachlich ist auf der einen Seite, aber andererseits auch gut lesbar ist und Sie werden feststellen, dass die Antworten, die uns die Bundesregierung gegeben hat, keine Antworten sind. Also da stehen eigentlich nur Fragezeichen. Und wir haben im Moment keine Grundlage, auf dieser Basis eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise wir haben auch gar keine Entscheidung zu treffen, weil das der GBA macht. Und das, finde ich, ist ein Problem, weil das der Politik entzogen ist und weil an keiner Stelle dieses Verfahrens die ethische Frage aufgeworfen wurde. Und der Ethikrat ist übrigens nur über öffentlichen Druck überhaupt angefragt worden. Also das war ja nicht vorgesehen, ist im Verfahren nicht vorgesehen und deswegen, finde ich, haben wir hier im Verfahren ein Problem, über das wir nachdenken müssen und allein das war es, wäre diese Initiative anzustoßen. Aber ich glaube, dass wenn man eine Entscheidung trifft, diese auch fundiert sein muss und die kann im Moment nicht fundiert sein. Die beruht sozusagen auf in verschiedener Hinsicht mangelnden Informationen. Das Einzige, was wir wissen, wir können Prognosen anstellen und wir können sagen, in Dänemark hat es einen Verlauf gegeben, von dem ich sagen kann, den möchte ich gerne verhindern, weil das, glaube ich, gesellschaftlich keine gute Entwicklung ist und dazu muss man Menschen beraten. Dazu braucht es und damit habe ich, da war ein Missverständnis. Ja, also ich erwarte nicht von einem Arzt, dass er mir sagt, da hier ist besser eine Abtreibung vornehmen zu lassen, sondern ich erwarte das Angebot einer Inklusionsberatung für Menschen in diesen Fällen. Ich erwarte, dass fachkompetent darüber informiert wird, wie es ist, mit einem Kind zu leben, das beispielsweise das Down-Syndrom hat. Die Personen müssen wissen, welche gesellschaftlichen Angebote gibt es, welche Leistungen, welche Unterstützungsmechanismen und so weiter. Und all das findet zurzeit nicht statt. Und wir sind hier an einem Punkt, wo wir all das wunderbar diskutieren können und wo wir das auch tun sollten gesellschaftlich. Und das passiert ja jetzt gerade auch. Aber das passiert nur über das Aufmerksammachen auf so ein Verfahren, das ansonsten heimlich, still und leise gelaufen wäre. Das kann uns als Gesellschaft nicht ausmachen, dass wir uninformiert andere entscheiden lassen und dann gucken, was sich gesellschaftlich zufällig entwickelt. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt und ich bin total dankbar für Ihren Beitrag und ich möchte auch zu dieser, weil das wirklich gut zu diesem Thema passt, die Verleihung dieses sogenannten Peter-Singer-Preises. Ich war an dem Tag auch da. Für die, die es nicht wissen, Peter Singer ist ein australischer Philosoph, der schon in den 70er Jahren publiziert hat, ist durch Tierschutzfragen bekannt geworden und hat da mit Sicherheit seine Verdienste. Aber er fordert auch aktuell, dass die Tötung von behinderten Kindern, wie schwer die behindert sein sollen, das bleibt mal offen, über Kinder mit Down-Syndrom äußert er sich auch, gerade Jungs hochproblematisch, jedenfalls fordert er die Legalisierung der Tötung von behinderten Kindern in den ersten 28 Tagen nach der Geburt und das ist sozusagen derart indiskutabel, dass ich eigentlich auch damit gerechnet hätte, dass dieser Protest hörbarer ist und sozusagen der große Aufschrei in der Gesellschaft, gerade in dieser deutschen Gesellschaft, ist ausgeblieben und ich glaube, dass das auch ein Hinweis darauf ist, dass wir über das Leben mit Behinderung nochmal sozusagen sehr viel intensiver nachdenken und diskutieren müssen, damit wir da hinkommen, tatsächlich mehr Sensibilität zu haben und sozusagen V-O-Teile ganz systematisch abzubauen und das hier ist eine gute Gelegenheit, das zu tun. Applaus Doch, ich habe gesagt, wer sich noch mehr, ich habe gefragt, wer noch, ja komm, Kirsten Ich bin Kirsten Achteldeck, ich war auch involviert in die Proteste in die Organisation gegen Peter Singer und schreibe auch gerade ein Buch zu dieser Frage, gerade von Pränataldiagnostik, deswegen möchte ich kurz nochmal, also ganz kurz vielleicht nochmal drauf hinweisen, dass, also der Pränatest verhindert keine Amniozenthesen, es gibt gerade, die, also zumindest in Deutschland gibt es die Empfehlung, dass bei einem positiven Ergebnis, bei einer Auffälligkeit, immer noch eine Amniozenthese gemacht werden soll, also das wurde so, Darf ich da direkt, was Sie sagen, ist falsch. Dass man die Diagnose überprüfen soll, ist richtig, aber Entschuldigung, zum wiegelt mal unterbrechen Sie jetzt jemanden? Ja, weil Sie Sachen erzählen, die falsch sind, das tut mir leid, wenn Sie sagen, er verhindert keine Amniozenthesen, er verhindert massivst Amniozenthesen. Er meint es da, dahingehend, dass sonst sehr viel mehr Amniozenthesen gemacht werden würden, wenn aber der Pränatest gemacht wird, sozusagen das, was dann sozusagen nochmal als Überprüfung kommt, viel weniger ist als vorher. So habe ich es verstanden. Gut, wir haben, wir haben aber bei dem Pränatest eine relativ unklare Datenlage, wie sicher das ist, die, schon wieder, Ulrike. Köpfe. Ich würde vorschlagen, könnten Sie das nacherklären? Ich glaube, das geht jetzt nochmal am Anfang in die Diskussion. Ja? Okay. Darf ich ausreden? Danke. Also, wir haben eine relativ unklare Datenlage. Die Hersteller, die Daten, die die geben, sind von Hochrisikoschwangeren, die zurzeit in der Werbung benutzt werden. Die geben Daten raus von 99,8%iger Sicherheit dieser Ergebnisse. Also, zumindest die in der Werbung verwendet werden auf den Fallblättern. Ich habe jetzt nicht jede Studie, die die rausgeben, gelesen. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem, wenn das Frauen lesen, die diesen Test machen, die dann glauben, dass das so ist. Es gibt ja mittlerweile auch die Zulassung für die neunte Woche. Also, das ist ja ein zusätzliches Problem, was heute auch noch nicht angesprochen worden ist, dass der Test gemacht werden kann, also das kann man abschließen, dass man das Ergebnis hat vom Präner-Test in der Beratungsregelung bis zur zwölften Woche. Das heißt, es gibt die Empfehlung, die Amnio zur Sicherheit zu machen, aber das muss natürlich nicht der Fall sein und man kann dann auch in der Beratungszeit noch den Abbruch vornehmen, wenn man ein positives Ergebnis hat. Und, also ich muss jetzt noch mal kurz ganz konkret, ich finde es tatsächlich erstaunlich, diese Selbstdarstellung, weil, also, sie haben gesagt, mehr Beratung und es werden Humangenetiker gerade nicht zugelassen, die die Beratung machen könnten. Dazu muss man natürlich sagen, dass nicht nur Humangenetiker die Beratung nach pränataler Diagnostik durchführen sollten und auch durchführen. ich halte vielleicht auch pro Familie die soziale Beratung nach positiven Diagnosen für auch durchaus extrem wichtig und historisch noch mal muss man ja dazu sagen, dass die Humangenetik in Deutschland erst überhaupt dazu beigetragen hat, dass die pränatale Diagnostik eingeführt worden ist und so massiv zugenommen hat. Also das waren alles humangenetische Programme, die damals noch Erbtafeln erstellt haben, bevor es diese ganzen Techniken gab, weil man muss ja doch ehrlicherweise sagen, dass Frauen immer schon Interesse hatten, zu wissen, ob sie behinderte Kinder bekommen oder nicht. Es gab nur halt vor den Techniken andere Methoden, das eventuell rauszufinden und da wurden halt dann Erbtafeln gemacht, so Verwandtschaftsüberprüfungen und so weiter. Und die Humangenetik hat die ersten Leute ausgebildet, die die Amniozenthesen durchgeführt haben, also sozusagen massenkompatibel gemacht. Und sich jetzt zu präsentieren, als die Humangenetik dafür ist, das immer alle zu beraten, die Asymmetrien aufzuheben und das gesellschaftliche Bild von Behinderung zu erinnern, finde ich schon ein bisschen schwierig, also ein bisschen einseitig dargestellt. Und ganz, ganz kurz wollte ich noch sagen, es gibt ja einen Vorschlag, nämlich, also es gibt ja einen Vorschlag vom Inklusionsbeirat, ganz drei Sätze, vom Inklusionsbeirat gibt es einen ganz konkreten Vorschlag, dass nämlich pränatale Diagnostik eigentlich eine diskriminierende Praxis, eben nach der von Frau Rüffer schon erwähnten UNBRK ist und dass sie deswegen eigentlich überprüft werden müssen, ob das nicht in Deutschland wirklich entweder verboten oder zumindest aus der Krankenkassenversorgung rausgenommen werden muss, weil allein das Angebot von pränataler Diagnostik schon eine diskriminierende behindertenfeindliche Praxis ist und das ist ein ganz konkreter Vorschlag, über den man, über den fast niemand spricht und den ich aber relativ wichtig finde. Vielen Dank. Keine Erwiderung. Ich habe mir, wir sind am Ende der Zeit angelangt, ich habe mir jetzt auch gerade noch mal, als das Podium hier lief und auch in Bezug auf die Debatten, die jetzt von Ihnen gekommen sind oder die Beiträge, noch mal so zwei Gedanken gemacht. Ich hätte am Schluss dieser Frage, nämlich diese Frage nach dieser 65-jährigen Frau gefragt, ob wir da nicht wieder einen klassischen Fall von Verantwortungsverschiebung haben. Klar, es gab eine große Aufregung und man kann sich darüber wirklich fragen, also man kann sich wirklich fragen, ob man sowas zulassen sollte. Aber die Debatte lief genauso, dass der Frau die Verantwortung zugeschoben worden ist und es ist nicht darüber diskutiert worden, wer eigentlich diese Angebote macht und wer sozusagen auch solche, in dem Fall Eizellspenden auch durchführt. Und ich denke, das ist genau diese Frage von Individualisierung, von Verantwortung, über die wir vorhin gesprochen haben. Und die andere Frage, die mir noch mal durch den Kopf gegangen ist, weil ich glaube, da ist nicht darauf eingegangen, was der Herr vorhin gesagt hat, diese Frage, die Technologie sei ja eigentlich gut unter anderen Verhältnissen. Frau Braun hat ganz am Anfang, oder ich habe sie zitiert am Anfang, dass diese Technologie normierend wirkt. Und das ist die alte Frage, die wir in der Kernkraft gestellt haben, die wir in hunderttausend anderen Zusammenhängen gestellt haben. Was macht Technologie mit Menschen? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage, über die wir heute Abend überhaupt nicht ausführlicher oder eigentlich gar nicht reden konnten, was wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Debatte ist. Ich danke dem Podium für die engagierte Debatte. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und mitdiskutiert haben. Ich glaube, es gibt einen kleinen Undrunk unten und kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie wieder. Dankeschön.